und damit hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde da draußen schön dass ihr da seid ich bin auch hier nicht alleine an meiner seite ist mal wieder der hans hallüchen hans guten mittag genau guten mittag ja wir werden heute etwas machen was sich viele von euch schon lange glaube ich gewünscht haben wurde immer wieder mal darauf angesprochen ein revival quasi von tyrion goes mad wir hatten ja in warmer 2 vor ein paar jahren dieses fiktive szenario bei dem tyrion dem ruf des schwertes kains liegt und nach ihm greift und quasi damit zum kriegsgott selber wird und das ist das was ich heute mit euch machen möchte und gleichzeitig werden wir das ganze natürlich auf legendär machen lege der bloß also maximale schwierigkeit deswegen ist es total war madness im wahrsten sinne des wortes ich habe auch keine ahnung ob der scheiß funktioniert um das ganz ganz kurz mal festzuhalten total war oder beziehungsweise dieses total war bedeutet ich muss jeder fraktion wirklich jeder sobald ich sie bemerke den krieg erklären und damit leben das heißt das spiel wird dadurch natürlich knüppelhart und ich bin gespannt ob das geht es ist auch gleichzeitig der test kann man in warhammer 3 leichter schwerer oder ähnlich gut ein dieses total war machen das hatten wir bis jetzt in diesem ausmaß noch nicht war auch aus meiner sicht bis jetzt nicht wirklich sinnvoll jetzt wo es endlich auch mal ein paar ja wie heiße hot fixes bringt glaube ich ist es wahrscheinlich ein bisschen besser machbar aber das werden wir nachher sehen darüber hinaus ihr merkt es gerade eben im chat schon verlose ich heute einen key von warhammer 1 mir wurde nämlich ein lustiges kleines kärtchen als dankeschön dafür dass ich pharao auf der gamescom gestreamt habe von sega zur verfügung gestellt da sind keys drauf für warhammer 1 2 3 ich werde also heute warhammer 1 verlosen der liebe hans unterstützt mich dabei und macht das quasi im chat nächste woche werden wir warhammer 2 verlosen und dann die woche daraufhin warhammer 3 das bedeutet also dass manche von euch die diesen teil noch nicht haben oder jemanden kennen der diesen teil noch nicht hat aber gerne hätte die chance bekommt das den kostenlos zu bekommen ich möchte an dieser stelle auch betonen dass hier natürlich keinerlei gewehr vorhanden ist es ist einfach nur quasi ein key den ich weitergebe also falls dieser blöde key aus irgendeinem grund nicht funktionieren sollte ich habe damit nichts gemacht dann ist leider pech dann kann ich auch nichts machen also ich kann auch dann keinen weiteren key aus dem hut zaubern nur damit ihr bescheid wisst also das ist einfach jetzt sozusagen auf gut glück dass diese keys funktionieren testen kann ich sie leider natürlich nicht so und ansonsten möchte ich jetzt an der stelle auch noch mal hallöchen an alle sagen ich sehe hier ist der hans natürlich auch im chat hallöchen auch knopfaugen terror kauts ich grüße den friedrich der niko der prime sub da gelassen hat vielen lieben dank weil tano ist anwesend hallöchen auch an velo dann sehe ich noch den mark preach sind thoras logi blood angel asco m zettelmeyer und hallöchen auch an den skelettrabe sowie ventris zauberer knarf willkommen willkommen liebe leute und ja ich würde einfach mal sagen wir fangen auch relativ direkt an ja wir spielen heute tyrion seit ewiger zeit mal wieder keine wunschkiste denn ich habe einfach mal bock jetzt mal zu gucken ja wie so ein this is total war ist etwas wo in dem ich einfach der meinung bin das mache ich jetzt nicht als wunschkonzert weil ansonsten wählt ihr noch sowas irrsinniges wie keine ahnung boris wüterich den spontan nee das muss man geübt haben aber ich glaube dass man mit tyrion dadurch was machen kann aber es wird auch hier knüppelhart werden wenn es auch nur ansatzweise so ist wie ein warmer zwei dann werden wir auf jeden fall einen sehr sehr schönen vergleich erleben was zeichnet tyrion aus freunde er hat verbessert diplomatische beziehung mit hochelfen das wird uns heute leider überhaupt nicht interessieren bauzeit für gebäudeschreien des kane sind verkürzt das ist vielleicht ganz nett wir haben rekrutierte in rekrutierungs dauerreduzierung für infanterie und kavallerie das ist wiederum sehr sehr nice das kann uns sehr sehr gut helfen dann haben wir bei ihm selber für seine armee reduzierte unterhaltskosten für speerträger argentgarde grenzläufer bogenschützen und silberhelme da interessieren uns höchstwahrscheinlich im ab dem mit game nur noch die bogenschützen und die argentgarde alles andere nicht und ja seegarde von lothan hat auch noch plus drei auf die rekrutierung vielleicht vielleicht macht uns doch seegarde von lothan am ende doch noch irgendwie sind wir müssen mal gucken wir starten natürlich hier in lothan auf ultwan und stellen jetzt hier ein dass wir hier auf legendär unterwegs sind und haben natürlich die ki parameter alle auf maximum und aber die haben wir sagen starten wir rein wir beginnen die reise des wahnsinns warum eine abstimmung dass ich neu anfangen muss velo das verstehe ich jetzt gerade eben nicht hallöchen obayer hallöchen legion dankeschön legion für deinen reset am 39 und schönen guten tag sohle und skelettrade vielen lieben dank auch an dich für fünf verschenkte subs dankeschön vielen lieben dank und schön dass du dabei bist willkommen so oder da also wir sind drin es wird mit channel sonnen und dort überlebt aber ob du die ganze schaffst du kannst du sagen wir so unter 30 oder so naja man man kann ja man kann das ja tatsächlich machen also ihr könnt jetzt gerne sagen so ja also wie lange dauert bis ich hops gehe und wenn ich halt in stream überlebe dann wäre halt so der letzte die letzte wette also man kann ja wirklich jetzt so als kanal punkte wette ausgeben ja mörb schafft bis turn 20 bis turn 40 oder so ich glaube nicht dass wir weiter kommen bis turn 60 weil ich glaube ich dass wir sehr sehr viele schlachten selber schlagen müssen da also wenn ihr da was machen wollt mit kanal punkten macht es gerne habe ich keinen stress mit wir sollten uns darüber im klaren sein dass es nicht ganz so dass wir jetzt nicht so übertrieben weit kommen werden also nicht übertrieben weit alleine weil ich halt so viel selber spielen muss ich muss halt jetzt echt darauf achten keine truppen zu verlieren was glaube ich nachvollziehbar ist so erst mal mache ich die wichtigen dinge wir haben hier die meer enge von lothan ja 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 okay ja das schade was schade ist das weil handel werden wir nicht treiben wir werden handel nicht treiben das wird nicht funktionieren für uns das da auszubauen wäre sinnvoll das hier können wir erst später kavallerie hilft uns auch nicht so wirklich weiter was uns definitiv weiterhelfen wird ist mehr geld zu haben und auch mehr wachstum wird uns weiterhelfen für das erste das wird noch eine weile dauern okay dann forschen wir natürlich die militärische entwicklung da können wir nicht allzu viel tun eine schrecklich nette familie eine arti ich habe noch keine arti das kann eine weile dauern knopfaugen hallüchen auch an trislu willkommen kaoten zwerg grüße euch hallüchen auch an sirmel kerder willkommen willkommen mass of tears was ist der plan thürin als ein mann armee zu spielen ja ja genau das ist das ist der way to go allerdings habe ich halt das problem wir kennen ja jetzt schon einige fraktionen und ich warte mal ihr seid im krieg mit der flotte der verdammten also ich lasse mich jetzt hier natürlich am besten dafür bezahlen dass ich in bestimmte kriege reingehe wenn ich das jetzt hier schon mache also einmal kaledor anbieten geld dafür verlangen go so dann krieg beitreten tyrannok geld verlangen go so das war schon mal der erste teil also wir werden jetzt hier sehr sehr perfide vorgehen sehr sehr perfide tyrannok habe ich jetzt hier schon einen krieg seffry hat keinen krieg seffry kann ich also einfach nur so leider einen krieg erklären dann gucken wir mal weiter wen kennen wir denn noch wir kennen noch elurion elurion auch schon krieg erklären so ok wenn aber noch hier aber ich vergesse immer wieder dass er verliebt ist verdammte axt enttäuschend egal ja dann werden wir jetzt halt hier noch weitere kriege erklären zack 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 die flotte der verdammten bekommt es auch eine kriegserklärung wie gesagt ich habe keine ahnung ob das gut laufen kann hier ich habe sowas von keinen blassen schimmer ob wir das überstehen wie schlimm das spiel in warmer 3 auf einen dieses total war reagiert ok dann müssen wir noch diese freibeute hier den krieg erklären und ja ja sein bruder tag ist wie gesagt wenn er mädt geht dann geht er richtig mädt also wir gehen jetzt leider sehr sehr mädt auch ihr gegenüber ist das a bug or is intended ich habe gerade eben ein nicht angriffspakt gebrochen in dem wir den krieg erklärt habe und meine verlässlichkeit ist hoch naja wenn ich mir das so angucke sagt sich das spiel wahrscheinlich er bleibt sich treu es ist natürlich nur wieder ok dann legen wir jetzt hier mal los wir legen los und sorgen mal dafür dass die jetzt hier zum teufel gehen freunde ich hab schon so lange nicht mehr hochhalten gespielt hallöchen cornel wolf hallöchen auch ein zeus jezebel willkommen hallöchen auch samurai willkommen auch an den feldmarschall an den helden bitte spitzohr larry oh hans kannst du mich da eventuell auch darauf hinweisen wenn ich da einen namen vergeben soll ja wir haben noch die art und den helden wir haben sogar hilden stimmt ja ja wir haben von anfang an den helden das ist wahr ok ja die da unten stören mich jetzt eigentlich gerade eben nicht so wirklich seid ihr ich gehe glaube ich hier von der flanke vor nicht zurückfallen kavalerie lasse ich mal hier das doof ist halt türion ist halt am anfang ein fußgänger das ist immer wieder so ein bisschen naja ok hier geht es da lang die kavalerie schicken wir tatsächlich da rein und du bist ja mein kleiner bomber hallöchen an simon says willkommen hatte ich noch in rot mal diese schaden macht das 140 fernkampf schaden 50 prozent rüstung durchdringend aha die fernkämpfer wollen mir jetzt schon was sagen und noch mehr badabum ja es trifft gerade eben ganz gute das trifft sich gut tja türion der erfinder des carpet bombings ich sag's euch müssen wir mal klapp mal ausprobieren ich meine die hoch elfischen b52 bomber ja 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 ich gebe den jetzt hier mal schicken nahkampf bonus wir charge die jetzt hier an schnell wieder ein die speerträger die können gar die 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 reiter können gar nichts gegen meine spürträger machen das thema ist für die ja nicht jetzt schon durch ich greife mal hier mit dem nahkampf an polly will feuer keks finde ich gut finde ich sehr gut die schießen hier gerade noch drauf muss ich aufpassen dass ein spürträger jetzt mit meinen jetzt hier im nahkampf das ist nichts was ich will das möchte ich nicht das möchte ich gar nicht dann warfen wir euch jetzt hier gerade eben noch mal thüringen brauchen wir da hinten gerade eben nicht drin hier macht euch mal weg hier dann schießt ihr ihr greift die hier an ihr schießt die hier zusammen das ist gut ja da brauche ich nichts mehr tun in der richtung okay die sind geflohen die kablerie ziehen wir jetzt hier mal rüber die fliehen können wir noch mal ein bisschen weiter schießen lassen ich behaupte dass ich da jetzt keine infanterie verschwenden werde keine leben auslöschen wenn es nicht sein muss thürion soll das erledigen hier kommt jetzt ja auch noch mal vor kann es gleich noch mal in zauber wirken hier ah das sind schwarzen reiter sie haben keine chance gegen meine silber helmen im nahkampf und jetzt ist der dunkle elfen general da auch dran sehr gut halte ich in black drift wolfgar ventris grüße euch halte ich noch ein crow und da haben wir auch gewonnen wunder wunderbar okay schon mal der erste sieg könnte der letzte gewesen sein nein spaß so schlimm wird es nicht werden so schlimm wird es hoffentlich nicht werden ähm gut wo ist denn hier dieses ding ach da unten ist es doch das aktivitätsfeed anfragen verwalten dann kann ich auch sehen was ihr wollt wir holen uns äh verlustverstärkungsrate die ist sehr sehr wichtig für uns okay wir haben jetzt schon mal eine goldene krone von atrasa das ist kein schlechtes item ehrlich gesagt definitiv nicht ähm dumm 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 als erstes den held der spitzohrleri was spitzohren spitzohrleri ich gucke gerade eben ich gucke gerade eben mit l a r r y ah ja genau da habe ich es gefunden spitzohr ne machen wir sogar als nachname der nachname ist Larry spitzohrleri dann haben wir den phoenix polyville feuerkeks haben wir das auch für eine spärträger einheit versnobbte piekse versnobb ich glaube schreibt man schreibt es nicht versnobbte mit nee schreibt man snobb nicht mit b ich glaube so würde das mehr sinn ergeben piekse oder ich kann auch das so machen das ist ein heißer piekse aber vielleicht ist es auch der wortwitz den du machen wollen weil elfen pixie könnte ja auch sein deswegen mache ich es mal so ähm und dann haben wir noch ultuans next top models ja genau weil die ja ja die sind genauso sinnvoll sie sehen gut aus und das war es dann auch ja ja selbst das ist ja diskutierbar ich behaupte selbst das ist diskutabel äh für mich ein ganz ganz großes problem ist tatsächlich die truppe weil wenn die jetzt hier loton angreifen habe ich big trouble aber ich muss jetzt das hier angreifen ansonsten habe ich noch mehr probleme hallöchen pixel grüß dich hu 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 zweimal düsterschwerter zweimal schreckensperre einmal äh ich weiß gar nicht mehr wie die heißen die äh rapidier armorschützen ich habe vergessen wie man sie nennt ok ja das dürfte jetzt wiederum relativ einfach werden warum sind die jetzt auf der anderen seite ich weiß es nicht wir stellen die wieder so auf so dahinter genau und jetzt können wir eigentlich direkt schon anfangen ich werde einfach wieder drüber fliegen und sie wegbomben da kennen wir nix man war das heftig und hier nochmal drüber der war auch ordentlich gut also zieh dich mal zurück zieh dich mal zurück dass du außerhalb der schussreichweite bist der hat jetzt schon 73 kills gemacht nach 8300 schaden akzeptiere ich nicht mal widerwillig hallöchentür dankeschön master of tears dankeschön ausrichten ja die schießen schon das ist gut auch die haben dummerweise noch Diensthaltung ja 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 das ist ungünstig ok die speerträger hier die sind jetzt plötzlich da gewesen das wollen wir natürlich so nicht du kannst bei den schwertkämpfern noch weiterhelfen du schießt hier seitlich rein du schießt hier seitlich rein silberhelme bringen ja leider überhaupt nichts weil der gegner speerträger hat ne großes problem dankeschön auch an jürion für deinen wieser im 21 so die fliehen jetzt schon die fliehen die fliehen und damit fliehen die jetzt hier wahrscheinlich gleich auch wunderbar das lief entscheidende sieg können wir uns erstmal nicht beklagen wir haben 17 verloren also nach wie vor ich bin ich finde es krass wie stark also ich meine die waren schon im 2er nicht sehr schlecht mit ihrer bombardierung aber ich habe das Gefühl dass es im 3er noch mal ein bisschen mächtiger geworden ist diese bombardierung von den feuerphönixen vielleicht sollten wir und weil wir mad sind werden wir natürlich plündern besetzen ok ab jetzt kommt der wichtige teil jetzt werden truppen rekrutiert wir brauchen bogenschützen billige und willige äh thyrion wird von mir jetzt hier erstmal zum killer schlechte hin jetzt hier letzten endes gemacht machen wir erstmal hier nahkampf abwehren dann haben wir hier noch zaubergedöns harmonische konvergenz ist dann natürlich der erste schritt hat er nicht das item bekommen dadurch ja er hat die goldene chronik von adrasar gut das muss man bloß irgendwann mal hoffen dass wir das andere item da halt auch noch bekommen die stadt unbenennen oh wie soll sie denn heißen meilen meilen okay dann wird das meilen meilen erledigt für welche mit schwertern cane of wish die habe ich noch nicht die kommen aber erst noch die hochelfen haben ja nur die grenzläufe als schwertkämpfer oder zweihands schwertkämpfer aber die habe ich noch gar nicht das hier wird niedergerissen das hier wird repariert fürs erste und dann ist die erste Runde schon durch grüß dich dir ebenso einen schönen Sonntag mal gucken mal gucken was die tun wie gesagt wenn die Lothorn angreifen könnte das ätzend sein für uns bin sehr gespannt oder rechnet das Spiel nicht mit so einer Dummheit des Spielers ne die haben nix gemacht okay wir haben militärische Entwicklung abgeschlossen dann holen wir uns als nächstes die Flotten Disziplin wobei ne die lohnt sich nicht ne wir nehmen die Bogenkunst wir nehmen die Bogenkunst das ist gerade eben wichtiger ähm dann würde ich hier vorschlagen dass wir ein bisschen mehr Regeneration reinbringen ich guck dass ich erstmal Lothorn aufbaue ich spare mir mein Wachstum auf weil es keinen Sinn macht diese kleinen Siedlungen in einem This is Total War so früh auszubauen dafür brauche ich Truppen um den Käse zu verteidigen und diesen Kram habe ich einfach gerade eben noch nicht so wir gehen hier hin wir gehen nicht in die Stadt rein dann holen wir uns jetzt mal ja will ich Grenzläufer haben zwei kann man durchaus mitnehmen dann können wir auch das mit den Schwertkämpfern benennen machen habe ich neue Fraktionen kennengelernt hoffentlich nicht Gott sei Dank nicht das ist immer bei so einem This is Total War so bitte lass mich nicht noch mehr Leute kennenlernen ich möchte das einfach nicht es ist zu gefährlich weil jede Fraktion die dazukommt die kann dir halt dann noch mehr Trouble machen okay Lothan kann von uns jetzt hier weiter ausgebaut werden dann sollten wir Angereal versuchen zu nehmen das könnte schmerzhaft werden da ist eine ordentliche Truppe drin 11 plus 12 13 14 15 16 17 wir haben 13 aber wir haben den mächtigen Tyrion so gesehen denke ich ist das eine Möglichkeit bevor die jetzt hier noch mächtiger werden ja das Spiel rechnet sowieso mit unserem Sieg ganz ganz genau destroyer und nebenbei verlosen wir einmal warhammer 1 wie gesagt gewinnen könnt ihr nur wenn ihr anwesend seid also wenn es gezogen wird wann das passiert hallöchen darfst guten tag ich möchte auf jeden fall den high ground haben wir werden mit unserer armee ganz ganz unhinterhältig durch den Wald schleichen wenn ihr mich fragt ihr beide seid hier unterwegs die Kavalerie verstecke ich da hinten und nur du bist zu sehen so du gehst mal darüber und du gehst mal irgendwo da drüben hin und du kannst ja schon mal dinge tun aber die haben sehr sehr viele fernkämpfer was ein bisschen ätzend ist aber ich warte jetzt mal auf die situation erst mal oh die kommen vor es kommt vor dass die vorkommen flieg mal weg wir wollen das so nicht ich behaupte wir wollen das nicht naja ich musste die jetzt hier wirklich vertreiben die schiebe ich jetzt hier komplett außen rum hallöchen auch an schraub die ebenso einen wunderschönen nachmittag der wird gerade nicht mehr verfolgt das finde ich in Ordnung du kommst wieder rüber ich will auf jeden fall die sehen thyrion der gerissene hund jetzt gehen sie hier auf die suche die 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 jetzt zeigen wir uns jetzt gleich hier oben auf dem hügel ich will dahingehen und jetzt haben sie uns gesehen aber das war beabsichtigt ne du gehst da oben jetzt hin auch interessant die kämpfe da hier rückt vor hier rückt auch da vor da sind die ganzen fernkämpfer die muss ich mir krallen so vorrücken nein der kann da ruhig noch warte fahrten kriegt das ist gut der adler fliegt das ist leider nicht so gut das sind speerträger die wollen wir da nicht haben der vogel hat sich jetzt hier gesammelt und hole ich jetzt mal da oben hin die geht dahin zum schießen der vogel ist auf dem weg jetzt kann ich ja nämlich noch seine bomben einsetzen das möchte ich natürlich jetzt ja auch tun sie sind jetzt hier am banken ich habe gerade ein verdammt gutes zeitgefühl ja 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 okay das war gut jetzt musst du dir hier noch wegbomben gut das müssen wir wieder noch gott die kann ja es auch gott sei dank wir haben es puh war stressig hallöchen hawk danke dir für den reset im 46 grüß dich und dankeschön auch an sarulun für 24 monate dankeschön für zwei jahre ich grüße auch dich mein lieber hallöchen montrawan marcus dankeschön auch an dich für 29 monate dankeschön dankeschön grüße 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 so also wir haben keine einheit verloren das war das wichtigste und wir haben hier diese krasse übermacht geschlagen ähm das war wichtig wir werden plündern und besetzen wir haben anrufen der ischa freigeschaltet was uns jetzt nicht so sehr interessiert äh für uns super wichtig mehr truppen ähm vor allem also wir haben ja schon ein paar äh ich mache jetzt mal eine eine einheit bogenschützen nochmal eine einheit speerträger mehr das waren zwei level ups wert wir holen uns jetzt hier auf jeden fall schwer zu treffen und geschwindigkeit des asurian dadurch hat er jetzt eine sehr sehr gute nahkampfabwehr für dich waren das auch zwei level ups äh unheilvoller nachtwind ist halt ein ziemlich guter zauber wir nehmen den unheilvollen nachtwind und äh finalisieren die harmonische konvergenz hallo den agentan sintoras willkommen beziehungsweise machs gut äh sintoras schön dass du da warst okay also ein gerial ist von uns geschleift das reparieren wir jetzt erstmal ganz ganz kurz nicht es sind noch keine armeen in der nähe was ich cool finde wenn ich ehrlich bin äh dinge mit denen ich absolut leben kann ähm ja wir werden das ja alles so lassen habe ich neue fraktionen kennengelernt ja ivres your life your life will end now sorry wir wir sind leider auf dem madness trip hier gerade eben auf dem this is total madness okay wir rekrutieren werden hier wie gesagt nichts tun möchte ich eventuell mehr verlustverstärkungsrate haben für 2000 gold ich habe nicht sehr viel gold ah es ist schwierig aber eigentlich wäre es schlau ja doch wir machen es wir machen es das ist einfach nur just for fun agentar das ist kein chief mit soweit ich weiß es gab es glaube ich mal in dem alten total war aber das ist einfach nur quasi ja fun einfach nur fun beziehungsweise schon ein bisschen challenge aber eine fun challenge ja guck mal jetzt kommen nämlich ein paar armeen die mir hier auf die pelle rücken wollen kalador wurde vernichtet wir haben in etan gleich eine rebellion diese armee sollten wir ernst nehmen ich hätte jetzt sehr sehr gerne den schrein des asurian genommen aber es wäre in anbetracht der aktuellen ausgangslage nicht sehr schlau vor allem weil die jetzt hier auch noch kommen schwierig 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 man könnte es aber trotzdem wagen dann würden die nämlich nicht mehr erstarken es wäre eine fraktion weniger wir machen das wir machen das und müssen das wieder spielen das ist alles große probleme dieses total war man muss fast jeder schlacht selber spielen und die sind leider schon recht gut verteidigt hier leider leider recht gut verteidigt hier dankeschön nahe getan ja wird hart davon kannst du ausgehen das wird hart wie wollen wir da rein ja ich werde mal wieder den alten trick anwenden den feind komplett hier hinlocken wie viel wald können wir nutzen diesen kleinen hier ok und im grunde alles hier drin verstecken ja wir verstecken alles andere hier dann rück mal vor leider hat Thürion noch kein Gaul das nervt mich grad so ein bisschen wir können versuchen hier schon direkt hochzureiten mit den Silberhelms mal gucken ob das funktioniert dann haben wir schon mal einen Teil der Stadt eingenommen mit ein bisschen Glück hab mich da mal in Three Kingdoms an dem Volk versucht das war schon biestig meinten Argentan ja also in Three Kingdoms hatte ich ja damals glaube ich irgendwann mal ein unfreiwilliges dieses Total War das war ganz am Anfang das war noch in der Preview-Zeit meine Fresse war das krass ich weiß genau was du meinst es ist auf jeden Fall biestig keine Frage so oder so so come on come on wie gesagt das sind die schwarzen Reiter aber die ignoriere ich jetzt erstmal weitgehend warum bleiben die stehen okay die Herrschaften ihr müsst jetzt auf jeden Fall da hoch die müssen wir schnell weg machen die sind wir sonst nur ein riesiges Problem Problem so sehr gut das haben wir geschafft ich nehme jetzt mal euch und gehe außen rum nein ihr sollt da außen rum gehen oh nice da sind die ganzen Bogenschützen die ich mir jetzt hier krallen kann beziehungsweise Fernkämpfer das lief ja besser als gedacht okay die sind ja völlig brainer afk hier unterwegs mehr brainer afk als die kannst du kaum sein ich glaube das hat ein bisschen weh getan ja nochmal ein bisschen vor gut ihr schießt es auf die da du hast das jetzt hier erobert kommst jetzt hier wieder runter wo sind meine Sperrträger ach da ihr macht mal hier weiter freunde ihr seid ja noch lange nicht fertig mit eurer gemützelei du greifst hier nochmal an du versuchst jetzt hier durchzustoßen und zwar da rein das gehört zu dem da ja ja ich ziehe problems ich nehme das hier ein ich höre nur muss da schnell hin wie lange hält das natürlich nicht mehr lange sehr gut sehr gut ihr attackiert hier ihr habt das hier nahe kampf dann geht ihr noch hier hin ihr noch da hin da hin jawoll sehr gut wir sind durchgebrochen dann gehst du da hoch beziehungsweise ich brauche deine bombardierungskünste noch hier also mit gedeihen oder sie sie spielen oder sie sie du bist du hin das anders durch ein hyper verfasser mehrere zwergen bücher du kannst jetzt das da oben erobern hier gibt es nicht mehr so viel was man erobern könnte außer dass da drüben vielleicht noch so die schießen da gerade eben auch wunderbar rein da im moment komm her ah die fliehen ok hat sich schon erledigt ich dachte ich müsste noch irgendwas bombarden aber das war nicht mehr notwendig dann nehmen wir das noch ein und dann haben wir es schon so gut wie gewonnen ich weiß gar nicht wer überhaupt noch oh oh ich weiß wer da noch probleme macht die habe ich ja gar nicht mehr auf dem schirm gehabt die sind mir entgangen gewesen aber ich habe da noch mal ein paar eier die ich hier legen kann für sie das freut mich terrorkauz dankeschön dass du das sagst ob hogwarts gleich mir gehört ich hoffe es so erledigt nur heute stehen auf der seite von slitherin einen phoenix mache ich gerne bad damon aber ich muss erst mal eine weitere phoenix haben können das ist momentan der einzige den wir haben können und der hat schon einen namen der heißt nämlich poli will feuerkeks einen helden noch benennen eine weitere einheit mit schwärzern genau warte mal kane auf wish richtig genau 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 den hier werden wir nur besetzen weil ich nicht möchte dass das hier kaputt geht kult exzess ist vernichtet dann machen wir diese einheit hier kane auf wisch wir haben die rüstung der sterne was bringt das normal schleicher schleicher für einen typen die gesamte provinz gesichert ich hole mir erst mal den marschierer weil es mir wichtig ist dass die armee auch weit laufen kann dann 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 ich glaube ich nehme ausnahmsweise mal den windstoß ich nehme den windstoß das ist glaube ich das sinnvollste also wir haben jetzt hier kane of wish abgeschlossen irgendeine art immer noch eine schreckliche nette familie wie gesagt arti haben wir leider nicht das hier fliegt jetzt raus schade dass der schreie des asurian bei mir jetzt auf level eins gedroppt ist naja ich kann es nicht ändern okay wir holen uns noch mal ein paar grenzläufer die sind am anfang gar nicht schlecht oder ne noch mal eine einheit grenzläufer noch mal eine einheit bogenschützen okay ich mache mal den schrein des asurian zu hock warts hocks warts how a phoenix machine is broken das ist doch die eismaschine bei mcdorf ja ja kenne die geschichte ich habe mal was gesehen hat jemand recherchiert die diese eismaschinen sind gar nicht broken die kommen nur nicht zum putzen weil diese aufwärtig zum war aufwendig zum warten sind und deswegen wird dann eher der kunde noch angelogen so nach dem motto sie ist kaputt obwohl sie es nicht ist so mehr wachstum jetzt hier für unsere provinz schneller handel hier gibt es natürlich nichts wo wir machen könnten ich hoffe ich habe niemanden kennengelernt nein ich habe niemanden kennengelernt also noch halten wir uns an unsere regel wir sind immer noch im krieg mit allem und jedem und als nächstes muss ich eigentlich gegen safari vorgehen beziehungsweise mich um meine eigene rebellion kümmern die jetzt hier sich anschickt mir neue probleme zu erschaffen die ich mir nicht bestellt habe doch ich habe sie mir bestellen ich kann es ja tatsächlich leider nicht abstreiten dass ich ein bisserl dran schuld bin was hier passiert also diese rebellion ist nun da wir werden diese siedlungen hier ignorieren wie gesagt der plan ist es jetzt hier ach kacke ich wollte ja eigentlich so an land gehen egal wir sind auf jeden fall jetzt hier das ist gut das ist auch gut wir wollen jetzt mal eine einheit schwertkämpfer und noch mal eine einheit bogenschützen und dann sind wir auf einem guten weg zu einer full stack army bringungs phönixgarde unterhalt für phönixgardisten ja das ist mir momentan einfach noch zu teuer das ist nichts was ich gerne jetzt tun möchte schon gar nicht in der aktuellen ausgangslage die aktuelle ausgangslage ist sehr sehr gemein und stinkt für uns deswegen werden wir nichts machen in dieser siedlung habe ich jemanden kennengelernt nicht ich feiere diesen moment dass ich niemanden kennen lerne hier ist niemand vertrauenswürdig feuer keks für den helden wir haben schon namen für den helden also das ist jetzt quasi dann der dritte helden name in reihe es könnte noch ein bisschen dauern bis wir noch einen weiteren helden haben aber es ist eine liste so wir haben jetzt die bogen kunst nice dann wollen wir als nächstes den trompeter damit unsere infanterie ein bisschen schneller wird und sei es bloß um fünf prozent schneller kann hier noch helden rekrutieren kann ich nicht aber ich kann lothan nun auf eine neue wichtige stufe hieven wir haben diverseste normale einheiten frei also wir haben noch drei grenzläufer frei wir haben noch drei speerträger frei die benannt werden können wir haben segardisten frei die werden wir auf jeden Fall behalten wir haben alle bogenschützen frei das war's tatsächlich also und dann haben wir natürlich noch hier eine siedlung momentan unsere hauptstadt werde ich nicht benennen aber angereal zum beispiel könnte man noch benennen und jetzt müssen wir ganz ganz kurz mal operative maßnahmen einleiten und die haben ja richtig interessantes zeug okay egal wir machen sie weg jetzt ist der kaffee auch endlich im im magen so und er war schon kalt ein kaffee kalter kaffee dampf soll er schön machen kenne diesen dämlichen spruch ich weiß gar nicht woher der kommt aber den höre ich in meinem ganzen leben immer wieder und wieder und wieder wir werden hier von der linken seite wieder kommen weil wir da so eine leichte high ground ausgangslage haben wenn ich euch jetzt hier zu einer armee mache dann seid ihr sogar gar nicht blöde aufgestellt das ist gut einen gewissen thürion und eine gewisse magierin stelle ich da auch noch mit rein ihr seid hier für mich die flankierende nummero zwei die ich erstmal noch hier lasse durch den wald schicke dann haben wir noch die 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 silber helme und euch so ok also letzte go geht ihr mal in den wald und sammelt pilze ihr geht mal ganz außenrum und guckt ob da auch pilze wachsen und trinkt und er weiß dinge was weiß er denn eigentlich ist er so tyrion hört stimmen die haben sie jetzt hier gegenseitig kennengelernt es ist keine romantische beziehung das kann man an der stelle schon mal festhalten ich würde mal sagen begreifen ist ja aber schon mal ganz ganz gemütlich an da treffe ich war nix du weißt du sie die ellis an und ihr macht jetzt auch mal ein auf heavy partie bilden wo es den thürion da ist thürion greift mal an mein freund einmal bild durch kärchern hier wo wir haben so wenig rüstung da lohnt sich das sogar ich habe das gefühl dass es ein auto bin hier wir wissen bloß nicht was für ein auto wir gewinnen aber in luchs gut du sollst eigentlich gar nicht in diesem nahkampf sein meine liebe das war so nie geplant die haben streitwägen wie überhaupt unhöflich aber sie sind schon so gut wie davon gefegt schenkt den elfen socken wieso was wir sollten sind bestimmt sandalen träger so wie die alten römer der adler muss weg der effekt an wir auf den keks zu gehen so haben wir die auch weg gebatscht gut hallöchen auch an den march willkommen nicht dass du noch orks findest wenn du nach pilzen suchst das wäre vielleicht auch mal gegner wir wissen es ja nicht also bis jetzt sind das ja keine gegner aber wir haben gerade mal 145 mann verloren das ist wir nehmen die verlust verstärkung die leben immer noch eine weitere gelegenheit wir haben mal hand hier endlich eine weitere gelegenheit um ein bisschen xp zu farmen also jetzt wo wir mal hand hier haben mache jetzt einmal die inspirierende gegenwart dass wir jetzt auch mal mit ein bisschen xp für unsere einheiten generieren dann machen wir hier den klingenmeister noch mehr nahkampf angriffe tyrion eine putzkolonne okay wenn die verbessern den unheilvollen nachtwind du meinst also die grenzläufer einmal putzkolonne putzkolonne ist gemacht dann noch eine einheit spierträger zahn stocherträger dann haben wir das auch danke mirakulas dafür und ansonsten haben wir wieder nur helden und einheiten die wir nicht besitzen zumindest momentan nicht besitzen das können wir glaube ich jetzt einfach mal so wegspülen abwasch ist gemacht wir holen uns in dem falle mal ein bisschen einheiten so es hat auch sie ein pferdchen das ist sehr sehr angenehm und du gehst wieder hier rüber wollen wir in den hinterhalt ich kann nicht in den hinterhalt gehen das ist so menschlich enttäuschend dass ich nicht in den hinterhalt gehen kann aber ich kann in die stadt gehen dann wird hier mal unser geier noch mal ein bisschen geheilt hallüchen an rad zu palthof guten tag morgen wenn du so willst grüß dich wir nehmen jetzt hier lilles segen für noch mehr winde der magie der letzte platz soll eigentlich für einen helden sein den ich noch nicht rekrutieren kann aber hoffentlich bald das überspringen wir grad eben noch zum glück kenne ich niemanden neues das ist gut das ist sogar sehr sehr gut dann hoffen wir mal dass das jetzt hier alles also ich kann auf jeden fall jetzt schon mal eine sache festhalten im vergleich zu warmer 2 ist das hier alles sehr viel leichter sehr viel leichter ich erinnere mich noch wie das damals war genau wir machen ein this is total war deswegen heißt ja auch der stream this is total war madness knochenarbeit wir bekommen einkommen aus allen gebäuden plus zehn prozent für die nächsten drei runden das ist ganz okay dunkel elfen wie die unwissenden rassen sie nennen sind ein hinterhältiges volk behält man sie nicht im auge verseucht ihre gerissenheit und punktshaftigkeit die gesellschaft der hochelfen unternimmt etwas wir könnten also jetzt hier versuchen die rüstung des enarion uns zu sichern was sicherlich nicht blöde wäre ich will überlegen soll ich hier das hier angreifen ich will mal ein paar andere gegner sehen so nach dem motto ja wir greifen hier an und ich glaube das können wir sogar berechnen wir plündern und besetzen oh jetzt habe ich mit ihm hier kontakt demnächst das hier reißen wir ab ich werde es hier nicht reparieren so jetzt haben wir den nächsten level ab für thyrion thyrion bekommt jetzt hier noch mehr klingenmeister ähm ich verlasse die siedlung und werde diesen wahnsinn jetzt tatsächlich tun ach das ist das auch halb jahren auch natürlich wobei ich zugeben muss dass ich eigentlich vom ursprünglichen thyrion eher ein großer fan bin also jetzt nicht unbedingt von dem szenario weil das ist ja eigentlich so ziemlich das worst case szenario aber auch das finde ich sehr unterhaltsam also das ist das so so und der witz in der ganzen sache ist natürlich dass es so eine alte kiste ist und die schlacht im grunde jetzt hier schon direkt gewonnen hat so war der aufstellung beziehen ich brauche zwei stück von euch hier auf der flanke und zwei stück von euch hier auf der flanke was sind das hier schwarze reiter das ist okay das sind alles schwert kämpfer die kann man direkt angreifen hoch so schwächen wir mal die hier so ein bisschen oh gott die sind ja schon so gut erledigt da kommt die zweite welle gleich hier greift ihr noch an ach da ist ja noch der anführer von denen dann habe ich aber völlig übersehen der muss noch weg einmal durch husten dankeschön du kommst es hier schnell rüber nicht dass jetzt noch gecast wird kannst den in den rücken donnern wir bewegen die fernen kämpfern bis nach vorne nehmt diesen high ground hier mit denen hier dummerweise wurden die hier gecash oechsenritter ne 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 gegen die kämpfe nicht im nachgang auf gar keinen fall dat wollen wir hier wird nichts sehen äh mein vogel kommt mal hier runter sonst stirbt er das wissen wir jetzt schon wir haben hexenkriegerinnen das macht die sache noch etwas uncooler und natürlich ist er sehr sehr mutig und greift die schwachen an okay komm mal ja thürion ich könnte ich jetzt hier dringend gebrauchen hier haltet ihr die linie kackige café da kommt taglös das einzige mal das DIEIN heute glaube ich erleben werden super dass meine männer wegrennen das ist genau das was ich nicht sehen will der line ist breaking täglich kannst du mal vielleicht hier die kavallerie sinnvoller einsetzen ich habe da so ein oder zwei probleme so soll man den text heraus versucht herauszufinden wie pferde funktionieren möchte ich daran erinnern wir haben heute ein gefühl am laufen für total war warmer 1 ein grandioses dlc genau der dlc für warmer 3 genau wir werden uns heute Abend auflösen und wer teilnehmen will einfach auszutauschen sind in den Chat schreiben das mal diesen flühen Kale mal töten der angeblich der phoenix König sein will Ich finde es wohl gut, wenn der mal weg wäre. Eieieiei. Wie kann es sein, dass er so aufs Maul bekommt? Also ernsthaft, Tyrion, du rennst weg, du rennst weg? Im Angesicht des Sieges? Ich weiß nicht, ob Kane dich tatsächlich noch zu irgendwas einladen sollte. Ich bin mir da gerade eben einfach nicht mehr so sicher. Der blöde Jan war fast besiegt. Okay, du hast dich auch wieder gesammelt. Immerhin, immerhin. Jetzt gucken wir mal, dass wir durchfuschen und ihn finishen hier. Schießen, bitte. Schießen. Hauptsache gewonnen. Wir haben leider unseren Geier verloren. Oh nein, das ist kacke. Hallöchen Auralias, Dankeschön für deinen Primes am dritten. Grüß dich. Hallöchen Auralia, White Shadow, Grüße, willkommen. Wir haben leider unseren Vogelmann verloren. Ach ja, irgendwas ist ja immer. Wir werden also neu bauen müssen. Hallöchen auch in Schilwarik. Aber ansonsten haben wir alles andere behalten. Hat leider keine Videombelebung bekommen, ja. Aber das Wichtige ist ja, wir haben Malekith besiegt. Und jetzt sind wir schon auf dem richtigen Schritt in den Wahnsinn, denn wir haben Raserei. Gut, 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 gut. Und wir haben auch die Drachenrüstung des Enarion. Was auch sehr, sehr gut ist. Ähm, jetzt können wir hier wieder reingehen und kurz mal wieder regenerieren. Wobei, ja, ja, wir werden auf jeden Fall hier regenerieren. Dann haben wir wieder zwei Erfahrungspunkte. Im Dienste des Asurian, nein. Im Dienste von Hoth, nein. Im Dienste des Wall auch nicht. Kronos auch nicht. Isha. Aber tatsächlich macht Isha für ihn am allermeisten Sinn. Aber nicht in unserem Szenario. Adiaos, Drachen, Madlan sind die Seegardisten und Hukon. Ich werde mir da diese Entscheidung noch aufschieben. Ich werde mir diese Entscheidung definitiv noch aufschieben. Äh, wir haben gerade eben erlebt, wie ein gewisser Tyrion geflüchtet ist. Das fand ich jetzt nicht so gut. Ich gebe ihm erstmal nochmal ein bisschen mehr Beklingenschild, dass er noch mehr wegsteckt. Das war nicht sehr, sehr gut. Okay, wir nehmen unheilvoller Nachtwind auf Stufe 3 und ausweichen. Dann gönnen wir uns auf jeden Fall diese Einheit hier, weil die Nachkommen des Madlan, diese Speerträger, haben einen sehr, sehr netten Area-Buff. Äh, wo ist er denn? Hier, Schadensresistenz plus 10% für alle Einheiten um sie herum. Das ist sehr, sehr cool, wenn man das richtig einsetzt. Das hier lassen wir mal so sein. Das hier lassen wir auch mal gerade eben so sein. Wobei, ich könnte Hogwarts jetzt doch noch rausbauen. Ja, ich glaube, vorhin war die Frage, ähm, ob das daran liegt, dass es hier mehr Fraktionen sind. Einerseits glaube ich ja, andererseits habe ich auch das Gefühl, dass sie in Warhammer 3 die Aggressivität der Fraktionen drastisch gesenkt haben. Zumindest jetzt in den letzten Patches. Ich weiß auch, dass sie die Aggressionen gesetzt haben, dass sie den Anti-Player-Bias rausgenommen haben. Also die KI ist, äh, oder was heißt rausgenommen haben? Sie haben ihn reduziert. Sie haben, äh, das heißt nicht, dass er komplett weg ist. Aber, äh, ich glaube, da sind mehrere Faktoren dabei, die zu führen, dass die KI den Spieler nicht mehr so fokussiert. Das Vorrecht der Jugend. Ein junger Prinz, ungestüm und ohne jede Erfahrung mit höfischer Gepflogenheit, sprach sich öffentlich gegen seine Ältesten aus. Ein Affront gegen Ehre und Etikett. Der Aufschrei am Hofe ließ nicht lange auf sich warten. Der Phönixkönig ist zwar nicht verpflichtet, bei den höfischen Rangeleien zu intervenieren, doch der Prinz hat durchaus Potenzial. Es wäre ein Jammer, wenn er in Folge bloßer Naivität in Ungnade viele. Wir haben auf jeden Fall gerade eben genügend Geld, aber ganz im Ernst, ich brauche auch nicht wirklich großartig Einfluss. Ich könnte einen Hofwächter bekommen. Ihn im Privaten zurechtweisen. Eine Verdammung zulassen. Ach, komm, ganz im Ernst. Geld ist gerade eben nicht so wichtig für uns. Wir haben gerade eben ein bisschen Geld. Okay, nachdem wir das jetzt hier erfolgreich geschafft haben, werden wir jetzt erstmal wieder nach Lothurn zurückkehren. Und dann können wir hier wieder wunderbar regenerieren. Oh yeah. Kann aber immer noch keine Einheiten rekrutieren. Angerial lasse ich immer noch sich selbst reparieren. Das hier überspringen wir deswegen. Das hier überspringen wir. Wie sieht es aus? Habe ich jemanden kennengelernt? Nein. Wir haben niemanden kennengelernt. Das finde ich gut. Okidoki, dann nächste Runde. KFC Bucket Incoming. Ja, wenn wir Glück haben. Oh, guck mal. Ich bin froh, dass ich gegangen bin. Aber sie haben nur geplündert. Das ist mir sehr, sehr egal. Das hat die KI deswegen gemacht, weil sie weiß, dass ich in der nächsten Runde angreifen könnte. Für uns wäre es wichtig, Alistair Hafen in absehbarer Zeit zu bekommen. Und ich brauche halt das Schwert des Cain. Erst dann wird das Leben lebenswert. Aber ich habe so das Gefühl, dass die KI das Schwert des Cain seltener erobert. Also gut, ich hole mir jetzt auch noch diese Bogenschützen, damit ich eine Fullstack habe. Mein Plan ist klar. Wir werden jetzt hier hingehen. Hier im Hinterhalt lauern. Habe ich hier irgendwo mehr als 45 Prozent? Nö. Auf Ultuan versteckt man sich halt einfach nicht. Ist halt so. Okay. Leben wir damit. Leben wir einfach damit. Ich nehme mal an, dass ich wieder niemanden kennengelernt habe. Nope, nope, nope. Alles gut. Dann... Mein Ziel ist es jetzt hier, Alistair Hafen zu nehmen und vielleicht den Turm von Horus. Je nachdem, aber wie jetzt hier natürlich auch Eltarion reagiert, muss ich da natürlich jetzt auch an dieser Position hier dann reagieren. Es ist also alles andere als easy. Gerade eben. Kommt halt drauf an, was der Gegner macht. Feuerbestattung für den Phönix. Ja. Ja, also ich glaube, die hatte er auch so. Wobei es war, glaube ich, eher eine Feuerlöscher-Bestattung, Friedrich. Was tatsächlich keine artgerechte Haltung wäre. Okay, die Schädelspalters sind nun vernichtet. Wir haben mehr Geschwindigkeit für unsere Infanterie. Wir haben die Anrufung von Wall nun freigeschaltet, was uns ermöglicht, Festungsschaden zu verursachen, wenn wir das wollen beim Angriff. Reaktionsschnell brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Wir nehmen jetzt den Speerwall. Zehn Prozent mehr Schaden für unsere Speerträger. Egal welcher Art. Die haben eine Menge Adler. Das sind wieder eine Menge Gegner. Aber auch eine offene Feldschlacht. Ganz im Ernst, ich glaube, ich werde das berechnen. Das können wir mal machen. Plündern und besetzen. Weil ich nämlich weiß, dass sie wahrscheinlich nichts mehr haben. Sie hatten nicht mehr Truppen. Deswegen konnten wir das machen. So, und jetzt kommt natürlich nicht Majestät von Ultuan, sondern jetzt kommt Blut des Enarion. Wir verlieren Kontrolle in allen Provinzen. Bekommen aber plus zwölf Nahkampfangriffen und plus zwanzig Prozent mehr Waffenstärke mit Tyrion. Dann Zondes Cain. Führerschaft, Waffenstärke und nochmal Bonus gegen große Feinde oder Aspekt der Banshee. Dann verursacht er Angst. Göttliche Ausdauer. Gibt ihm noch mehr Lebenspunkte und physische Resistenz. Ich glaube, ich gebe ihm erstmal die göttliche Ausdauer. Lebenspunkte sind immer nützlich. Dann nehmen wir einen Komet von Kassandora und Erdung bei der Magierin. Ja, das Doof ist halt bloß, dass die jetzt hier nicht sehr, sehr schnell regenerieren. Das heißt, ich muss eigentlich gleich nochmal nach Angereal zurück. Lothan ist fertiggestellt. Wir können Lothan jetzt hier weiter ausbauen. Das werden wir auch tun. Genau, wir nehmen die Kriegerhalle. Wir holen uns jetzt hier tatsächlich die Verteidigungsmauer, weil die brauchen wir dringend. Und jetzt holen wir uns endlich den Edlen. Wir brauchen nämlich auch Agenten, die für uns gewisse Sachen abdecken. Wir brauchen eine ganze Menge Sachen, seien wir mal ehrlich. Und wir haben nicht sehr viel momentan. So, dann können wir als nächstes hier Hogwarts verbessern. Das ist auch einigermaßen safe hier. Und mehr machen wir gerade eben nicht. Ne, 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 ne. Das hier lassen wir immer noch kaputt, wie es ist. Wir können Angereal nun endgültig reparieren. Ich würde sogar noch eher Angereal ausbauen als jetzt da drüben Mailand. Neue Fraktionen kennengelernt haben wir auch nicht. Finde ich gut. Das heißt, wir können nächste Runde machen. In Lothan, Lothan. Hallöchen, Erd Estate. Ich grüße dich. Schönen guten Tag. Guck mal, wer da schon wieder da ist. Hast du was vor, mein Freund? Ich bräuchte eigentlich eine zweite Armee, aber von welchem Geld soll ich das bitte schon bezahlen? Not so easy. Auf der ganzen Welt machen sich große Mächte für einen Krieg bereit. Die schwindende Kraft des Marktes. Jetzt haben wir die Möglichkeit, die Sonnenklinge zu holen. Das ist sozusagen hier das Übergangstaschenmesser. ist keine schlechte Waffe. Und seitdem der, ich glaube, der Kampf um diese Sonnenklinge gepatcht wurde, ist es, glaube ich, sogar sinnvoll, es zu machen. Wir gehen jetzt allerdings erstmal ganz kurz zurück, damit wir hier schnell hier regenerieren können, weil in Alistairhaven regenerieren wir leider nicht so wirklich. Deswegen werden wir es ja auch in Angerial ein bisschen ausbauen. Regeneration läuft. Will ich? Ich glaube, ich will. Ja, ich hole meinen Kommandanten. Oh! Ah, das ist da, altes Haus. Du bist ja direkt rekrutierbar für mich. Das vergesse ich immer wieder. Aber den holen wir uns noch nicht. Ähm. Wir holen uns einen Magier. Ah, wobei, ich hätte erstmal ganz, ganz gerne noch mal ein bisschen mehr Einfluss, bevor ich mir einen Kommandanten hole. Ne, wir wollen natürlich schon gute Kommandanten und keine Crab-Kommandanten. Also warten wir noch eine Runde. Wer hat denn jetzt hier schon wieder einen Aufstand? Ach, du. Ja, das soll mir recht sein. David kann nicht leben. Hi, Neiter. Genau, wir machen heute noch mal dieses Total War mit Tyrion. Allerdings dieses Mal in Warmer 3. Das letzte Mal ist ja ein paar Jahre her und haben wir es in Warmer 2 gemacht. Und in Warmer 3 ist es deutlich einfacher. Gut, ich habe aber auch das Schwert des Cain noch nicht. Also man kann auf jeden Fall festhalten, es fühlt sich sehr viel leichter an. Vor allem, weil ich spiele momentan halt hier auf Legendär. Legendär Plus, also Schwierigkeit aufs Maximum hochgedreht. Und das Spiel ist so halbschwer. Die müssen jetzt weg. Die müssen leider, leider weg. Was heißt leider, leider? Sie müssen halt weg. Wir holen uns hier die Verlustverstärkung. Wir haben die Silberstahlrüstung bekommen. Das freut natürlich unsere Magierin, die sich jetzt hier ein Item gönnen darf. Oh, ich kann noch den Dämmerstein übrigens. Sie ist auch ein Talisman. Ja, da behalte ich aber lieber die goldene Krone von Atrazar, ganz im Ernst. Das Ding ist viel geiler für Tyrion. Oder Rüstung der Sterne. Ein Magier sich verstecken lassen, finde ich fast besser als, dass er mehr Rüstung hat. Hallöle, haudi! Das Spiel will hier schon wieder 12.000 Einheiten von mir töten. Gott, ist das wieder eine Riesenarmee. Ist das wieder eine riesige, riesige Armee, Freunde. Denkt daran, Leute, ihr könnt heute einmal Warhammer 1 gewinnen. Wurde mir von Sega auf der Gamescom geschenkt. Also so eine kleine typische Karte. Ist also sozusagen von Sega direkt. Ich habe nicht prüfen können, ob der Code funktioniert. Ich hoffe, er funktioniert. Falls er nicht funktioniert, es gibt keine Gewehr. Ich werde dafür dann nicht im Ersatz einmal Warhammer 1 kaufen oder sowas in der Art und Weise. Aber ich gehe davon aus, dass es geht, weil es kommt direkt von Sega. Und es war in einer Tüte drin, die mir gegeben wurde von Sega. Also gehe ich davon aus, dass alles damit in Ordnung ist. Wenn ihr mitmachen wollt, macht mal ein Ausrufezeichen. Giveaway in den Chat oder beziehungsweise Hans, was muss man dafür machen nochmal? Ausrufezeichen Enter. Ausrufezeichen Enter. Einfach. Gut. Das klingt einfach. Ich habe diese Map hier, glaube ich, noch nie gespielt. Hallöchen Oldclan, Schemiske. Grüß dich. Auch ein World of Darkness Spieler, oder? Nächste Woche werde ich dann Warhammer 2 verlosen und die Woche darauf dann Warhammer 3. Ne, wir kommen hier ganz, ganz klassisch hier über die normale Anhöhe. Ich bin ernsthaft mit mir überlegen, ob ich die einfach hier durch diesen Wald schicke. Die Kafflas mal hier. Schön, man sieht sie gar nicht. Man sieht sie kein bisschen. Sie sind komplett im Wald versteckt. Das ist oder was falsch eingestellt, wenn ihr teilnehmen möchtet, nochmal ausrufechen Enter. Angegen, das sollte jetzt auch ordentlich gehen. Ja, Stream-Elements ist da leider immer so ein bisschen kompliziert, ne? Also habt ihr gehört, wenn ihr mitmachen wollt, nochmal neu, nochmal neu, Leute. Gab wohl ein technisches Problemchen? Ich bin mir überlegen, ob ich jetzt mal schon mal nach Gegend suchen soll. Wo, wo sind die? Es wäre gut, eine grundlegende Position zu kennen. Mindestens ein bisschen. Äh... Ah, hier. Ja, dann rück mal weiter vor, Freunde. Rück mal weiter vor. Ich würde sehr, sehr gerne diesen Magier finden. Da bist du ja! einen Kometen bitte in den Wald. Das Tunguska-Ereignis, heute auch in der Warmer World. Träber! 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 Da sind die ganzen Bogenschützen, da muss ich jetzt mit dem Silberhelm ran. Na, Tyrion kommt einfach nicht an die Trollharane. Wie viel Energie brauche ich nochmal für... Oh, ich brauche 13. Na, die haben wir ja schon. Nice. Also gar kein Problem. Bam! Das ist ein alter Speerträger, auf die ich hier keine Lust habe. Es ist nicht gesund für uns. Der Lawson Siegarten muss ich da noch rangehen. Hier geht mir immer noch die Energie grad eben. So ein bisschen abhanden. Ihr schießt da rein, ihr schießt auf. Die sind ja echt durchgeruscht, ey, wie ätzend. Also immerhin haben wir es geschafft, ihre Bogenschützen weitgehend unter Kontrolle zu bekommen. Das ist ja schon mal was. Wenn ihr mich fragt. Okay, die fliehen alle. Irgendwie schafft er es nicht, die Kommandeurin hier zu attackieren. Er tänzelt eher so um sie herum. Das sieht so aus, als ob er so ein Brautwerbetanz machen würde. Und nicht, dass er sie bekämpft. Tyson, grüß dich. Dankeschön für 15 Monate. Vielen lieben Dank. Ich hoffe du hast bis jetzt ein schönes Wochenende. Jetzt hat er es endlich mal ein bisschen. Nice. Komm, noch einen Punkt, dann holen wir uns nochmal einen Kometen. Wir werden sicherlich noch einen Kometen von Kasandora aus dem Himmel pflücken können. Ein... Jawoll, da. Wir haben noch einen Kometen gefunden. Sehr gut. Und... Da kommt er. Das war ein schöner Treffer. Ah... We did it. Hallo hier noch ein Polisarius. Grüß dich. Guten Tag. Okay. Auch die haben wir wieder geschlagen. Gut, 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 gut. Ne, ne. Die waren wirklich ganz tief im Wald, so wie das aussah. Die haben sich, glaube ich, so weit nach hinten aufgestellt, wie sie konnten. Hat ihnen aber nicht viel geholfen. So... Die Le... Mmmmm... Ja, wir werden es wieder plündern und besetzen. Das Schild ist toll aus, das brauchen wir nicht. Wieder zwei Level-Ups, das nehmen wir darum gerne. Wir nehmen jetzt hier den Aspekt der Benji und wir nehmen natürlich hier der Zorn des Cain. Und damit haben wir schon mal jetzt hier unseren wichtigen Pfad abgeschlossen, was seine... Destination und Werte angeht. Hi, Arkado. Grüß dich. Wir holen uns jetzt hier magische Reserven noch rein. Das hier lassen wir kaputt, wie es ist. Und der nächste Schritt wird dann jetzt hier endlich sein, dass wir den weißen Turm von Horace erobern. Nur schade, dass die wieder eine Armee haben. Äußerst schade. Das macht unser Leben natürlich nicht unbedingt leichter. Kein schneller Handel. Es gibt niemanden, der uns hier gerade eben... Ja... Den Krieg erklären könnte oder dass wir das könnten. Wieso sieht Hearts of Iron komisch aus? Es ist doch gar kein Hearts of Iron eingestellt. Lieber Arkado, mach mal F5. Wann kann ich einen Phönix machen? Das kommt auf die Gebäude an. Sobald ich halt die entsprechenden Gebäude habe. Das ist halt eine bestimmte Gebäudekette. Die kann ich gleich mal zeigen. So. Mission erteilt. Nehmt viele Provinzen ein. Drei Stück. Okay. Also. Für einen Phönix brauche ich diese Gebäudekette hier. Das ist halt frühestens auf Stufe 4. Das heißt, ich brauche eine große Stadt, die mindestens auf Stufe 4 ist. Und dann muss ich diese Gebäudekette hier machen. Muss ich sowieso machen, um hier, wie ihr sehen könnt, die Kulturentwicklung zu erforschen. Ähm. Aber. Wie gesagt. Diese Art von Einheiten dauern. Das ist leider etwas, was nicht sehr, sehr schnell geht. Okay. Jetzt galöppeln wir mal da rüber. Und dann werden wir nächste Runde uns jetzt hier mal um den weißen Turm kümmern. Mhm. Überspringen. Hier machen wir auch nichts. Neue Fraktionen kennengelernt haben wir auch nicht. Also ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass es in Warhammer 2 so war, dass hier eine ganze Menge Gegner von allen Seiten permanent angegriffen haben. Also als ob sie sich um nichts anderes in der Welt mehr gekümmert haben wollten. Das findet hier überhaupt nicht statt. Das findet hier gar nicht statt. Ja, der kann ruhig diese Siedlung belagern. Ist mir egal. So. Unsere Speerträger haben mehr Waffenstärke. Jetzt holen wir uns, äh, die Anrufung des Wall. Weil dann können wir nämlich, äh, den Hammer des Wall machen. Wir machen das nicht wegen dem anderen Kram. Ich mach das wirklich nur wegen dem Hammer des Wall. Und natürlich auch, wenn wir ein Item dafür bekommen. Das gesegnete Buch bringt uns noch mehr Führerschaft. In 8, äh, 35 Metern. Saphirwächterstein bringt uns Zauberresistenz, was ich jetzt nicht so krass finde, ehrlich gesagt. Äh, Stab der Stärke reduziert den Kontrollverlust. Und die Meeresgoldklinge ist ziemlich nice für Lunarkampf. Ich nehme, glaube ich, den Stab der Stärke. Für unseren Magier. Dann kann sie nämlich bedenkenlos overcasten. Das wäre sinnvoll. Minus 50% ist halt echt gewaltig, ne? Viel, 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 viel. Das Spiel glaubt mal wieder nicht an uns. Was ist das für eine Art von Stadt? Das hängt es total davon ab. Ja, das ist machbar. Wir machen wieder die hinterhältige Ich-Schleich-Mich-Rein-Taktik. Beziehungsweise ich glaube sogar, dass Tyrion eventuell sich da sogar reinboxen kann. Aber wir müssen mal gucken. Wir werden auf jeden Fall, ich glaube, ich werde hier meine Truppen offen hinstellen und hier meine Truppen im Wald verstecken, wenn das geht. Kann ich mehr Magie haben, bitte? Nö. Nö. Einfach nö. Äh, Computer sagt nein und so. Okay, dann werden wir, wie gesagt, uns jetzt hier aufstellen. Bitte ein Tyrion hier in den Wald. Äh, seine Kavalerie-Kollegen hier mit in den Wald. Ich mach jetzt mal mit. Die jetzt hier so zusammen, so als Leibwächter-Kombination. Ihr seid hier noch mit dabei. Ähm, Nummer 2. 2. 3. 4. Und die einzige Person, die sich zeigt, ist die da. Aus Gründen. Oh. Die haben sie komplett in die Mitte aufgestellt. Äh, das ist neu. Das ist clever. Die KI lässt sich anscheinend hier nicht leicht verarschen. Autsch. Sie wurde ja grad voll getroffen, deswegen hab ich sie jetzt hier kurz mal getarnt als Schleicher. So, bitte einmal ordentlich anklopfen. Ihr Galoppel jetzt hier ganz schnell da ein und nehmt das hier ein. Ihr kommt hier so rein. Wir sind jetzt hier schon drin, sehr gut. Was will der? Ich weiß es nicht. Oh. Hi. La la la. Einmal außenrum, bitte. Einfach einmal außenrum. Einfach einmal außenrum. Und wieder raus. Wir müssen ganz dringend diese Speerträger hier zum Teufel chargen. Ich mein, die haben jetzt hier schon die Hälfte ihrer Leute verloren. Aber es könnte trotzdem besser für uns sein. Boah, wie weit musst du die noch laufen, dass du diesen Zauber wirken kannst. Jetzt. Alle Mann rein. Alle Mann rein. Das ist nicht gut, was hier passiert. Jetzt ist es schon besser. Wir machen uns nochmal ein zweites Türchen. nur für den Notfall. Ja, die Silberhelme haben hier gerade eben kein leichtes Leben. Ich sag's euch. Jetzt versuche ich euch mal hier vorbei zu huschen. Die kämpfen hier immer noch. Der Wahnsinn. Oh, 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 oh. Nicht gut, nicht gut. Da sind ja noch mehr Speerträger, die keiner eingeladen hat. Jetzt lösen wir mal diesen Nahkampf hier auf. Du solltest mal kurz hier hingehen. Ah, sehr gut. Der hat gesessen. Ich habe ein ganz mieses Gefühl für diese Silberhalme. So, ihr rückt jetzt hier vor. Ihr stellt euch da hin und schießt auf die da oben. Die müssen nämlich weg. So, ihr müsst da rüber zum Angreifen. Ihr... Oh je, was ist das hier? Minus an Nahkampfangriff. Nee, da müssen wir es da hinstellen. Ich werde da nicht fighten. Das ist gefährlich. Äh, euch brauche ich jetzt hier. Ihr macht jetzt eine eigene Gruppe. Die Fünfergruppe. Die Dreier gehen jetzt hier auch hoch. Von da hinten kommt ja nichts. Was war denn das gerade eben? Man weiß es nicht. Uns ist die Magie jetzt schon ausgegangen. Dramatisch tragisch. Okay, immerhin sieht das hier gerade eben ganz brauchbar aus. Von der Ausgangslage her. Ihr rückt da jetzt einfach rein. Du unterstützt jetzt dir noch. Ihr seid nur noch zu viert. Das ist nicht cool. Die Willzahn hast du schon gemacht. 15.000 Nahkampf. Gönnung. Durch den anhaltenen Beschuss haben wir jetzt hier die Chance überhaupt durchzubrechen. Mach dir mal noch schneller weg, Tyrion. So, die Fliene auch. Oh, die schießen in den Rücken. Wie überaus ätzend. Euch stelle ich jetzt noch hier hin. Die sind quasi auf dem Rückzug. Hä? No, es haben sie zugemacht. Ich weiß es nicht. Sie haben die Tür hinter uns geschlossen. Unvorstellbare Grausamkeit. Ich werde jetzt einfach versuchen das Ding hier einzunehmen. Ganz ehrlich, ist mir das völlig egal. Das wird einfach... Ah ne, wobei die kommen durch. Ja, dann werde ich nichts gesagt haben. Sie kommen durch. Sie schaffen das. Mhm. Greift an. Und die sind jetzt schon fast hier oben. Was ich auch ganz gut finde. Hi Pinsi, grüß dich. Schönen guten Tag. Äh, wie viele Fernkämpfer haben wir denn hier noch? Ihr geht mal da ein, damit ihr jetzt hier nicht tops geht. Ihr verlasst das Schlachtfeld. Ich hoffe, dass ihr überlebt. Mhm. Ich glaube, ich schieße mal lieber auf die Bogenschützen, da hätten die Nerven viel mehr. Die fliehen auch leider. Ihr versucht jetzt mal auf die da oben zu schießen. Ich bewege euch mal da hin. Meine Bogenschützen sind irgendwie jetzt gerade eben nicht mehr so richtig dazu in der Lage einzugreifen. Und du kümmerst dich mal hier um die Kommandantin. Oh, meine Frau! Du gehst mit deiner Truppe hier hin. Ich glaube, hier gewinnen wir auch. Mich nervt total, dass meine Magierin hierzu nichts mehr zu gebrauchen ist, weil wir einfach so ausgerechnet in einer Schlacht bei Zephyr, ne? Keine Magie. Für uns, keine Magie. Genau, Pinsy, du siehst da Elfen. Du siehst, äh, wieder einmal den wahnsinnig gewordenen Tyrion. Oh, Oh, kacki, kacki. Das ist die Art von Rückzug, die ich gar nicht mag. Meiner. Ey, ganz im Ernst, das ist doch kacke, wie der hier kämpft. Na, also, jetzt trifft es ehrlich mal. Oh, dammit. Wird Zeit, dass er die jetzt hier endlich mal besiegt? Hoch! Oh, bitte nicht. Nein! Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, das Spiel stürzt ab. Ich hatte gerade eben einen Freeze. Aber es ist nichts passiert, so wie es aussieht. Toi, toi, toi. Huhuhu. Das wäre schon bedrückend gewesen. Genau, das Spiel hat kurz gezuckt, als es gemerkt hat, dass ich gewinne. Wollte es, dass das unterbinden. Da bin ich absolut davon überzeugt. Du gehst einfach da runter und nimmst das ein. Mhm. Die Nächsten, die jetzt hier Nahkampf wollen. Ihre Leiber mir entgegenwerfen. Wie gesagt, aufwärts! Ich versuche, dass er zu erobern. Wir schießen jetzt so viele Türme. Ich muss mich mal hier im Kreislauf lassen. Ausweichmanöver einleiten, Ausweichmanöver. Der Rest der Armee ist nicht so wichtig, aber er muss das überstehen. Uhuhu. Uhuhu. Wahrscheinlich Sinn, Jinjin. Allerdings weiß ich, dass ich höchstwahrscheinlich ein Problem mit meinem Speicher habe. Ich bin immer noch dabei, herauszukriegen, was das Problem ist. Also ich habe de facto technische Schwierigkeiten mit meinem neuen PC. Bin aber an der Sache dran. Genau, ihr nehmt das jetzt hier ein. Nimmst du das hier ein, dann müssen wir eigentlich jetzt hier nur noch den Käse jetzt hier endlich schaffen. Und dann haben wir gewonnen. Wenn auch unterhorrenden Verlusten. Oh. Hier haben sie uns jetzt leider zurückgeknüppelt. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie das schaffen. Nein, das schaffen die nicht. Zu viele schießende Einheiten überall. Ja, ziehe dich zurück hier. Wie viele Adler da oben rumfliegen? Ne, das sind keine Adler, das sind greifen. Okay, den Käse haben wir jetzt hier auch geschafft. Das kannst du denen noch angreifen. Äh. So, das war jetzt der wichtige Eroberungspunkt. Jetzt fangen wir an zu gewinnen. Das ist der Rest der Armee relativ egal. Ähm, das ist genau der Punkt mit der Taktfrequenz ist momentan die Vermutung. Also, ich habe gerade eben meine meinen RAM nicht übertaktet im BIOS eingestellt, dass er quasi auf Übertaktung off eingestellt ist und seitdem hat er keine Probleme mehr. Ich warte aber immer noch darauf auf die Antwort äh vom Hersteller beziehungsweise vom Verkäufer wie ich das jetzt hier zu nehmen habe. Und was wir jetzt machen. Okay, da kommen sie. Von der anderen Seite kommen sie glaube ich nicht. Ihr verlasst jetzt auch hier die Schlacht. Wie viele musst du denn noch dahinmetzeln, Tyrion? Du hast jetzt schon 316 Kills und 24.000 Schaden gemacht. Und das alles ohne Schwert des Cain möchte ich nochmal betonen. Das ist alles noch Handarbeit hier. Wenn man das so nennen möchte. Fast Boot ist nicht das Problem gewesen bei mir. Also ich weiß schon dass es wohl aufgrund der Analyse die ich habe durchlaufen lassen irgendwas im Speicher ist. Die Frage ist bloß ob es an Windows liegt oder ob es ein Hardware Problem ist. Boah, dauert es lange hier zu gewinnen. Ich hole jetzt mal Thüringen einfach mal da hoch. Das hier habe ich ja leider nie gekriegt. Endlich. Huuuuh, was für ein Stress, ey. Hallöchen Phil, grüß dich. Was für ein Stress, ey. Es könnte sein, dass wir hier gerade ganz schön auf die Fresse bekommen haben truppentechnisch. Aber wenn wir Zephyr hätten, hätten wir eine sehr, sehr wichtige zweite große Stadt. Wir haben keine Einheit verloren. Geil. Wir werden hier nicht plündern, wir werden es nur besetzen. Au, ich nehme, ich weiß sie mal, werden wir hier nicht plündern. Weil ich nämlich mindestens hier die Stufe zwei noch behalten wollte und wir haben sie bekommen. Äh, das hier reißen wir ab. Das brauchen wir nicht. Und es waren wieder ein Level Up. Was nehmen wir denn dieses Mal? Boah, ich würde schon sagen, dass wir seine Kampffähigkeit noch weiter ausbauen. Noch mehr Klingenschild. Die Magierin verbessert jetzt den Kometen von Kassandora. Boel, ich danke dir für deinen Primes ab dem dritten. Einen schönen guten Tag. Ich grüße dich. Ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende bis jetzt. Milizausbildung? Ich nehme jetzt die Milizausbildung, ja, weil den anderen Kram können wir noch nicht forschen. Hier wäre immer noch der Kampf um die Sonnenklinge. Sehe ich aber momentan noch nicht so richtig. Also, ich weiß nicht, ob das nur mir so vorkommt, Leute. Aber mein Eindruck ist stellenweise, dass, also wenn ich mir zum Beispiel mal die Situation von ihr hier angucke, dass die KI oder auch hier relativ statisch ist. Also, die machen wenig Angriffe. Das ist richtig auffallend. Es kommt sehr selten vor, dass Attacken durchgeführt werden. Okay, wir haben niemanden mehr kennengelernt. Ich hätte aber auch echt gerne noch mal ein bisschen mehr Einfluss. Ich brauche Landschlachten, wo ich Einfluss generieren kann. Das wäre voll cool. Mal gucken, ob wir da demnächst noch was bekommen. Momentan ist die Armee jetzt schon eher geprübelt. die Elton kommt mit zwei Armeen. Ja, wir haben zum Glück gerade eben ja nicht mal mehr eine. Aber ihr seht auch, der macht nicht viel. Die alte Elton. Wir gehen jetzt hier nach Angereal, weil da schneller regenerieren. Dann können wir auch besser auf ihn hier reagieren. Meiland werden wir immer noch nicht verbessern. Aber ich kann jetzt Angereal noch mal verbessern. Oh, hier gäbe es Elfenwein. Ne, wir holen uns erstmal noch mal mehr Verlustverstärkungsrate. Genauso wie auch in Hogwarts. Haben wir eigentlich noch Namen dazu bekommen, die ich vergeben kann? Immer noch nicht. Ich will halt hier ein bisschen mehr Einfluss. Ein bisschen mehr Einfluss wäre toll. Das können wir alles nicht machen. Ja, Wachstum muss hier rein. Ganz klar. Das ignorieren wir. Oh, wir haben den Stamm der blutigen Axt kennengelernt. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ein schlechten Das schlechten ist Einfluss. Ne, ne, wir wollen natürlich schlechten Einfluss generieren. Auf die gesamte Warhammer World gerade eben. Wir fackeln sie alle ab. Okay, das ist krass. Oh Gott, ja, kann ich nichts dagegen machen. Wow. Ich hätte es aber auch nicht verteidigen können, wenn meine Truppen da gewesen wären. Okay. Mehr Einfluss. Unzufriedenheit. Einfluss für weniger Bewegungsreichweite. Für 5 Roten minus 5. Ach, das ist egal. Ich nehme mir die 30 Einfluss. Also jetzt kann ich mir auch endlich einen neuen Kommandanten leisten. Endlich. Da kommen Untote. Ich möchte diese Untoten loswerden, wenn ihr mich fragt. Derweil in Hogwarts werden wir nun eine Erzmagierin uns jetzt hier reinballern. Mal überlegen. Unternehmer. Verneiner. Nee. Dann haben wir Verliere des Feuers mit Wehrhaft und Blitzableiter. Gefällt mir auch nicht. Leere des Lebens beschützt Barriere. Metall Verwalter Leere der Schatten macht topfit. Auch wieder Unternehmer. Ja, 15% mehr ist halt echt nicht schlecht. Also Einkommen. 15% mehr Einkommen ist nicht schlecht in der Provinz. Nee, das will ich nicht wehrhaft. Beschützt hilft mir auch nicht wirklich. Himmel. Blitzableiter. Auch wieder Unternehmer. Hallöchen. Auch ein paralleler Kreis. Ich grüße dich. Danke dir für 5 Monate. Vielen lieben Dank. Explosiv ist halt immer geil, wenn man jemand auf den Drachen setzt. Wehrhaft. Unternehmer oder Explosiv. Ich nehme den Explosiven mit weißem Magie. Und dann jetzt haben wir auch endlich bessere Units. Wir haben jetzt endlich bessere Units. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Also wir fangen jetzt mal an mit normalen Bogenschützen und mit normalen Speerträgern. Der Bonus den Tyrion mit sich bringt. Ich muss gerade eben noch mal gucken. Das steht doch irgendwo dran. Genau. Großer Krieger. Speerträger. Auch Argandgarde ist davon betroffen. Das heißt, ich sollte Argandgarde rekrutieren. Und dann hier durchtauschen. Damit er jetzt hier die Argandgarde mitnimmt. 50% Rabatt auf Argandgarde finde ich schon nett. Angereal auf Stufe 3. Ne, ich werde... Ja, doch. Angereal auf Stufe 3 wäre nicht blöd. Das machen wir. Alistair Hafen wird brennen. Habe ich noch eine Fraktion kennengelernt? Nein. Das können wir also ignorieren. Die Weißmagierin wird dann Verfasser mehrerer Zwergenbücher. Wahrscheinlich stimmt das sogar. Ich habe überhaupt keine Verteidigung. Ihr seht schon, warum ich Mailand nicht beschützt habe. Ihr seht schon, warum ich das nicht gemacht habe. Es hat Gründe. Gute Gründe. gehabt. Ey, Graf Noctil ist da unterwegs. Boah, jetzt, jetzt, jetzt fangen wir an, hier Trouble zu schieben. Hallöchen Devil. Ja, da kann ich überhaupt nichts machen dagegen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, es sei denn, ich möchte mal was gucken, ob das hier wirklich undurchdringlich ist. Dankeschön, Devil, für 64 Monate auf Stufe 3. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Devil. Dankeschön, 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 Dankeschön. Vielen lieben Dank. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Und vor allem schon so lange. Gott, wie lange ist das? Sechs Jahre? Das sind sechs Jahre, Oder bin ich gerade doof? Zwölf, 24, 36, 48, 60. Ne, fünf Jahre, fünf Jahre, fünf Jahre und vier Monate. Fünf Jahre und vier Monate. Trotzdem, und erst recht, danke. Hi, solchen Karl. Ja, heute ist die Melone wieder da. Ey, ohne Witz, ich glaube, hier können wir einigermaßen eine Engstelle verteidigen. Vielleicht haben wir doch keine Chance, aber wir nutzen sie, wie man immer so schön sagt. Wir haben keine Chance, aber wir nutzen sie. also gut, wir stellen jetzt eine Linie dahin, eine Linie dahin, eine dahin, eine dahin, so hin und so hin. Das hier ist jetzt hier wirklich so eine Thermopyle-Nummer, ey. Für duty. Trau, Asurian. Followed orders. Moving out. As you say. We're away. A pace. Move. Archers. Forward. Asur, move. We advance. Dummerweise werfen sie ab. Oh, zum Glück sind wir im Wald. Das hätte er auch gerade echt kacke laufen können. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ich meine, stelle sich vor, man würde hier mit einer ganzen Armee stehen. Ey, ganz im Ernst, das ist halt einfach... Das ist halt einfach noch mehr Edge-Camping, was man hier machen kann. Nee, Ziegenfahrt scheint es hier nicht zu geben. Hier kommst du nicht durch, hier ist die Grenze. Und die Minos können zum Glück jetzt nicht so viel machen. Hätte ich ja die hier gar nicht gebraucht. Ich habe noch gedacht, ich muss sie den Rücken abdecken, aber das muss ich ja gar nicht. Wenn man die Bäume abfackeln könnte, ja, das fehlt halt im Spiel halt schon leider so ein bisschen. Bis leider war, das fehlt. Was? Wieso flieht ihr? Die fliehen auch. Kein Verlass mehr auf die Hochelfen. Nur weil da so ein paar Minos sind. Man fasst es nicht. Ja, Tür, das fände ich auch voll geil. Also das ist auch eine der Dinge, die ich in Empire so cool fand, dass man halt teilweise einzelne Häuser besetzen konnte. Geht halt alles nicht mehr. Und ich ahne auch warum. Also ich habe in letzter Zeit massiv darüber nachgedacht, warum CA halt so viele Spielmechaniken rausgenommen hat im Vergleich zu heute. Jetzt ein Komet. Ja, hätten wir einen Magier, wäre das cool. Das ist wohl wahr. Einfach weil, ich glaube, die meisten Leute diese Spielmechaniken nie benutzt haben. Das ist auch die Begründung, warum sie zum Beispiel den Schiffskampf nicht mehr reinnehmen wollen. Zumindest bis zum letzten Mal, wo ich sie gefragt habe, wo Pharao kam. Und da war die Antwort, weil so gut wie niemand es benutzt. Der Aufwand ist es nicht wert. Das ist halt einfach rein statistisch von den vielen, vielen zehntausenden Spielern. Hunderttausende Spieler von Total War. Machen das halt extrem wenige. Also alle überspringen das halt. Also die Autoberechnung und so weiter und so fort. Und da haben die sich wohl einfach dazu entschieden, nö, dann machen wir das auch nicht mehr. Was ich einerseits nachvollziehen kann, andererseits ist es aber auch trotzdem doof. Weil es halt die Serie dadurch halt um ein paar Dinge beraubt. Ja, wir werden jetzt hier aufs Maul bekommen. Schade. Schade. Also das ist halt so, hm. Dagegen ist auch, sag ich, also du kannst ja die Leute auch nicht zwingen, diese Spielmechaniken zu benutzen. Aber an der Stelle bin ich halt einfach an dem Punkt zu sagen, man sollte sich vielleicht Gedanken darüber machen, dass man es vielleicht trotzdem macht. Aber die rechnen sich das wahrscheinlich einfach durch, ne. Die rechnen sich das wahrscheinlich einfach durch und sagen quasi, so und so viele Leute bezahlen so und so viel Geld dafür, die das benutzen. Und so und so viele Leute bezahlen nichts, also bezahlen das und benutzen das nicht. Also konzentriert man dann natürlich seine Entwicklerkosten natürlich auf die Sachen, die die Leute benutzen. Und das ist halt tatsächlich wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum gerade eben schon wieder, oder was heißt schon wieder, also eigentlich immer noch, der englischsprachige Total War Bereich völlig am Brennen ist. Und im deutschsprachigen ist es ja auch teilweise so. Einfach weil, ähm, was ich euch früher schon mal gesagt habe, die aktive Community, zu der wir jetzt gehören hier, zumindest die, die aktiv das Spiel regelmäßig spielen, sind halt nach wie vor im Vergleich zu allem anderen die Minderheit. Und, ähm, es ist, glaube ich, verdammt schwer damit umzugehen, weil ich habe all das schon mal früher erlebt in anderen Spielen, wie zum Beispiel, äh, wie in, äh, World of Tanks zum Beispiel. Ist alles genau dasselbe gewesen. Ist damals bloß deutlich früher vorgekommen. Da war es auch so, die sehr, sehr aktive, nicht Casual, sondern die, ähm, Pro-Gamer im Sinne von quasi, die jeden Abend das zocken, sind halt einfach eine Minderheit. Und stehen quasi so mit nicht mal 5% der Gesamtspielerschaft gegenüber, im Vergleich zu den Casuals, die das alles gar nicht interessiert. Und ich glaube, das ist genau dieselbe Situation hier. Es ist, ich bin gespannt, wie CA damit umgeht. Ich habe keine Ahnung, äh, dafür kenne ich halt auch die Internas nicht, um darüber beurteilen zu können. Sag mal, jetzt kommt der jetzt hier aber schon mit ordentlich vielen Truppen an. Jetzt kommt der hier mit ordentlich vielen nervigem Volk. Das Gute ist, das hier ist jetzt einigermaßen verteidigbar. Das heißt, wir werden jetzt erstmal den hier schlagen. Ja, wir schlagen erstmal den da und dann können wir uns dann später um den anderen wieder rumkümmern. Man könnte ja auch Sachen machen, wie das Schlachtfeld immer beeinflussen. Zum Beispiel Ausdauerverschleiß. Wenn die in einer Provinz kämpfen mit XY-Wahrscheinlichkeit, ist der Overworld, wo du dann halt keine Wahl hast, ob es nutzt oder nicht. Ich weiß nicht, was du damit sagen willst, Tür. Also den ersten Teil habe ich schon verstanden, Sachen, die das Schlachtfeld beeinflussen. Aber der zweite Teil war für mich jetzt schwer zu durchschauen, was du damit im Detail meinst. So, da, 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 da. Halt, der muss ja da auch rein. Mann. Ähm, dann du hier noch mit rein in die Nummer 3. Und euch werde ich hier einfach über die Flanke heizen lassen als Nummer 2. Und die Kavalerie schicken wir durch den Wald. Und mit Tyrion werden wir denen ganz schön wehtun. So, ihr da rüber, Kavalerie da rüber. Es gibt ja Wahrzeichen, die Schlachten beeinflussen, sei es durch Buffs oder Schlachtzauber. Genau, sowas gibt es ja im Grunde schon. Ja, ja, das ist richtig. Was heißt das nur Wahrzeichen? Also es gibt generell auch Gebäude, ähm, die zum Beispiel dir mehr, äh, Nahkampfabwehr geben. Die geben dir mehr Munition, die geben dir mehr Führerschaft. Wenn du zum Beispiel in einer bestimmten Provinz kämpfst, schrägstrich verteidigst. Oh, no, 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 no. Ich sehe, was da los ist. Sie haben sehr, sehr ärgerliche Artillerie. Natürlich haben sie Artillerie. Tyrion einfach mal durchreiten, einfach ignorieren, einfach ignorieren. Ignorieren sie diese Zombos. So, du kommst vorwärts. Dann werden wir jetzt hier die Artillerie angreifen. Oh, Leider im Suche sind echt ätzend. Die will ich schwächen, weil die sind ätzend. Die müssen wirklich weg. Handkanonen, oh, die muss ich auch angreifen. Das war gut. Der Vampir ist schon down. Oder der Zombie, was er gesagt. Der hat's hinter sich. Das war dann plötzlich doch relativ einfach, nachdem der komische General weg war. Und ich muss immer noch den Namen versetzen. Moment, wo ist er denn? Genau, Verfasser mehrerer Zwergenbücher. Müssen wir jetzt benennen. Guten Tag, Ataxa. Grüß dich. Willkommen. Okidoki. Also, die sind jetzt hier Geschichte. Jetzt müssen wir uns um den Kollegen höchstpersönlich noch kümmern. Wir werden das jetzt hier wieder nur besetzen, weil es hat uns ja ursprünglich schon mal gehört. Jetzt haben wir einen Streitwagen für sie. Den will ich hier definitiv wegnehmen, weil Streitwagen sind kacke. Vor allem für Magier. Arkane Kanalisierung. Dann gebe ich ihm noch mehr Wunschschläger. Und jetzt kommt, wie gesagt, Verfasser. Verfasser mehrerer Zwergenbücher. Oh Gott. Das wird nicht reingehen. Nee, das passt nicht rein. Nicht mal ansatzweise. Lieber Tür, das kriege ich nicht rein. Verfasser vieler? Das geht, Tür. Das geht. Verfasser vieler Zwergenbücher. Das kriege ich gerade so rein, aber auch wirklich nur gerade so. Ich hoffe, das ist in Ordnung. So, ich mache es auf jeden Fall jetzt erst mal schon mal so ready. Ich werde hier studieren. Bleibst du hier noch momentan stehen? Dann hole ich noch mal einen rein. Und einen so rein. Dann so. Okay, sehr gut. Sehr gut. Weil damit können wir arbeiten. Okay, Mailand ist immer noch ganz normal. Ich werde das hier immer noch nicht ausbauen. Wir haben die Provinz zurück. Ja, das Problem ist, die Provinz ist kacke klein und nicht wirklich sinnvoll. Und deswegen bringt das hier Grenzpatrouille fast gar nichts. Wir nehmen deswegen jetzt ja das Wachstum. Haben wir jemanden kennengelernt? Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Kastige Elfen haben es gemacht. Ja. Dass der so weit kommt. Insgesamt eine sehr steile These hier gerade eben. Also das würde mich jetzt hart wundern, wenn dieser Graf Noctilus jetzt hier mit diesem komischen Schützenverein, den er ja hat, auch nur ansatzweise eine Chance hat. Weil der hat ja fast nichts, um meine Nahkämpfer zu blocken. Ich verstecke jetzt meine Truppen hier aus meinem Wald. Ich habe hier auf jeden Fall eine wunderbare Einheit, die sie weglocken soll. Und dann machen wir jetzt genau einmal. Äh, du musst da noch mit rein. Eins. Bitte verstecken sie sich alle Mann im Wald. Das hat funktioniert. Nummer zwei, da, dahinter. Nummer drei. Die müssen auch hier in den Wald. Die Türin ist jetzt tatsächlich auch versteckt. Geil. Da waren alle versteckt. Na gut. Ich schicke jetzt hier Tyrian schon mal raus. Oh, okay, shit, die wurden entdeckt. Ich muss den Noctilus mir jetzt hier holen. Irgendwie, mir egal wie. Cool, der eine flieht schon. Genau das, was man sehen will. Nicht. Wir werden Nahkampf suchen, wo wir es können. Ihr rückt hier ein bisschen vor. Also, wenn der Tyrian im Nahkampf schlägt und den installiere ich das Spiel. Weil dann ist einiges hier schief gelaufen. Der hat total beschissene Werte und ich treffe ihn nicht. Die Everqueen. Science of Mathland. Ich gehe dann. Menlui. Araya Menlui. Ancestors. Battle Calls. Asur, advance. Make Alt-1 proud. Heir of Anerion. Das große Dingens hier ist ein Problem. Die Magierin soll hier nicht im Nahkampf sein mit dem hier. Das wollen wir nicht. Das ist ungesund. So langsam habe ich das Gefühl, setzt er sich durch. So, jetzt machen wir das riesen Schiff hier mal kaputt. Gut. Ja, ja, also Tyrian hätte es schon gewonnen. Das hat bloß überraschend lange gedauert, dass er ihn jetzt hier unter Druck setzen konnte. Der hat halt echt Zeit zu schießen. Magierin flieht, das ist nicht so toll. Tatsächlich machen die mehr Schaden, als ich erwartet hatte. Jetzt wird es Zeit, dass wir ihn besiegen. Jetzt beende ihn, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So viele Lebenspunkte hat er doch gar nicht. Oh, kacki, kacki. Na also, Nocti ist weg. Das sind auch diese Wächter der Tiefe. Oh Gott, er soll auf gar keinen Fall in den Nahkampf gehen. Er soll schießen. Das ist nicht gut. Du hast dich gesammelt. Oh, laufen sie. Laufen sie schneller. Die haben keinen Kommandaten mehr und kämpfen immer noch tapfer. Verdammte Untote. Die sind problematisch, die Jungs. Die machen Schaden und zwar richtig viel. Die müssen wir irgendwie wegkriegen. Ach nee, die haben ja noch diesen Helden da. Ups, die haben wir ja gar nicht gesehen. Auch schon wieder 25.000 Schaden gemacht. Ja, wir plänkeln die jetzt hier hoffentlich tot. Genauso wie auch den da. Na also, da ist er weg. Einmal bitte Kettenreaktion. Down. Huh. Ja, das ist halt bei This Is Total War so. Knopfhauung des Todes. Das ist halt so. Okaki, 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 Okaki. Man hätte auch ein This Is Okaki, Okaki, Okaki nennen können. Ach ja, ja, ja. Das Wichtige ist, dass wir wieder keine Einheit verloren haben. Wir nehmen die Verlustverstärkung. Ach ja. So. Das war wichtig. Das ist jetzt echt ätzend. Das ist jetzt wirklich ätzend. Das müssen wir versuchen zu verteidigen. Jetzt sind wir dann doch an dem Punkt angekommen, dass es sich anfängt, wie ein This Is Total War anzufühlen. Aber hauptsächlich wegen der Tiermenschen und wegen Graf Noctilus. Die Armee darf jetzt mal drei Runden stehen bleiben. Ja, wenn ich mir das leisten kann. So lange hier stehen zu bleiben. Das ist ja die eigentliche Sache. Ach, wisst ihr, was die gute Nachricht ist? Wir haben einfach nichts, wo wir uns hinstellen können. Einfach gar nichts. Diese Map hier hat keine vernünftige Verteidigung. Großartig. Äh, ja. Ich habe keine andere Wahl, Leute, als einen Edge Camp zu machen. Und selbst da muss ich jetzt noch beten. Denn wir haben nichts, um diese Horden hier abzuwehren. Einmal bitte da hin. Einmal bitte mit beiden. Einmal bitte da hin. Oh, das wird so keinen Spaß machen. Ja, wie schön. Okay. Okay. Ich schäme mich auch. Ich schäme mich brutal. Okay, dann... Wir spielen eigentlich Verstecken mit ihnen. Mal gucken, ob sie uns finden in 58 Minuten. Ja, sie natürlich werden sie uns finden. Was hoppelt denn der hier so rum? Der Züger ist geradezu begeistert. Und man sieht's. Da hoppelt der so rum, der Kollege. Lasst euch Zeit. Lasst euch Zeit. Es gibt keinen Grund für Hektik. Also zumindest sehe ich das so. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. So. Ich drehe mir auch nochmal so ein bisschen hier so rüber. Gut. Das Gute ist, es gibt sehr viel Wald, was sie zu suchen haben. Das Doofe ist bloß, dass 58 Minuten halt einfach viel zu viel Zeit sind für die KI. Die findet uns auf jeden Fall. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist bloß, wann sie uns findet. Nicht ob. Tja, wir haben auch zum Glück echt keine guten Zauber. Und jetzt kommen wir zu den schlechten Nachrichten. Sie sind sehr viel mehr als wir und haben uns entdeckt. Ihr habt doch gerade gesehen, dass sie die Richtung zu mir gewechselt haben. Oh oh, sie kommen. Ne, ich kann nicht davon rennen. Die haben auch garantiert hier oben noch Truppen. Wenn ich jetzt anfange, durch die Gegend zu laufen, der Punkt ist der, ich kriege die auch, also ich kann ja auch nicht weglaufen. Es ist ja leider eine Siedlung, die wir hier verteidigen. Mich ärgert es halt, dass wir jetzt dadurch wahrscheinlich jetzt hier unsere tolle Magierin verlieren. Ich hätte sie halt dann doch in unsere Hauptstadt versetzen sollen. Ich habe das Gefühl, dass nicht ein Pfeil durchgeht. Sag mal, was seid denn ihr für elfische Bogenschützen? Ihr trefft ja gar nichts. Das ist ja gar nichts. Ach ja, jetzt ein gescheiter Zauber. Mann, wäre das schön. Irgendwas, was rumzahlt, so wie flammende Konvokation oder so. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Der Versuch, sie hochzuheilen. Er scheitert kläglich. Ich schieße auf diese eilen Minos. Autsch. Und schon war die Linie gebrochen. Das ist halt noch ein Mino, ne? Der kämpft halt immer noch als ob... Also der will sich, glaube ich, irgendwie seine Abzeichen oder so verdienen, um am Ende noch ein Held zu werden. Ich weiß es ja auch nicht. So, der hat es hinter sich. Leider unsere Armee auch gleich. So, diese Minos hier fliehen. Oh Gott! Liebe Speerträger, ihr wart mal cool. Das war's. Ach ja. Ach ja. Hey Germanwall, grüß dich. Danke dir für 19 Monate. Schön, dass du dabei bist. Grüße dich. Hallöchen. Hallöchen auch ein Finanzspieler. Und all euch Ayosha Peters. Ja, Hans, wir verlosen ja heute einmal Warhammer 1, ne? Ja, genau. Das ist ein sehr, sehr großes Steel Sea. Also, fünf Fraktionen, ein DLC hat man noch nicht gesehen. Ist ja so, ne? Also, wenn ihr mitmachen wollt, Hans, was muss man dafür machen? Das ist Ausrufezeichen. Enter in den Chat. Und abwiesen es dann, sobald wir auflosen. Sehr gut. Oh, das Herz von Avalon könnte ich mir holen. Hahaha, wie ich das Felix-Tor hätte. Das, äh... Sieht challenging aus, alleine schon von der Grundidee her. Ja, also, wir haben leider unseren teuren, teuren Magier verloren, was, äh, ärgerlich ist. Auf allen Ebenen. Die mir gerade so spontan einfallen. Die gibt's auch noch mal einen weiteren Level-Up. Ist da, warte mal, ist bei... Isha. Ich finde es so doof, dass die Argendgarde da nicht dabei ist. Das nervt. Noch mehr Wunschschläger für ihn. Mhm, 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 noch mehr Komet von Kassandora, dann wird der nochmal günstiger. Dann müssen wir diese Armee hier... Die wollen mir ernsthaft die Bogenschützen töten. Ähm... Wobei, äh, also wenn's jetzt Speerträger gewesen wären, wär's mir fast egal gewesen, weil ich werde jetzt Argendgarde in die Armee rein rekrutieren. Das ist der nächste Schritt. Wir brauchen dringend Argendgarde. Weil die normalen Speerträger, die rocken nichts mehr. Nichts. Gar nichts. Übrigens, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das schon ankündigen soll, doch ich mach's einfach, äh, wir haben nichts besprochen. Günner und ich haben gestern telefoniert. Wir werden demnächst wieder was gemeinsam machen, in Warhammer 3. Äh, ich freue mich, dass wir uns jetzt wieder was gemeinsam machen. Ich bin total drauf. Hab richtig Bock. Wir haben wieder gemeinsam Zeit. Er hat endlich wieder ein bisschen Zeit. Ich hab Zeit. Gemeinsam Zeit. Das ist super. Und wir haben auch schon ein kleines Konzept. Ich verrate bloß und nicht was. Aber ich glaube, ihr werdet's zum Schießen komisch finden. Ach, ja, ja. Ich freue mich so drauf, dass wir das machen. Äh, mehr dazu, äh, wenn ich mit ihm dann, ähm, äh, Samstag aufgenommen habe. Also wir werden am Samstag in einer Woche aufnehmen. Und, ähm, ähm, dann wissen wir ab, wann's kommt. Und dann werden wir, äh, werden das auch gemeinsam im Detail, äh, ja. Also angekündigt ist es ja schon, aber wir wissen schon, also erklären. Ich glaube, das wird super lustig. Etwas, was wir eigentlich schon längst mal hätten tun wollen und sollen, machen wir jetzt. Komm, Tyrion. Kaufte die, äh, Rasselbande hier. Ach, Gott, oder etwas mit Elfen? Hinkt ihr die Vampirpiraten? Ne, Vampirpiraten haben wir schon mal gemacht. Ne, also in dem Sinne meine ich ihr zum Schießen. Es wird einfach, glaube ich, nur sehr, sehr lustig. Oh, das hat ihm ganz schön wehgetan. Weil Tyrion ja noch nicht genug Nahkampfangriff hat. Schießt mal die Flieger ab, die Nerven. Also Waldelfen. Ne, Waldelfen haben wir auch schon mal was gemacht. Waldelfen ist es auch nicht, aber ich werde jetzt nicht verraten, was es ist. Ich höre jetzt auf zu sagen, was es ist und was es nicht ist. Wie gesagt, nur Dinge, die wir schon mal gemacht haben, sind es nicht. Hallöchen an SD-Anime. Dankeschön für den Wieserbemachten. Grüß dich. Ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende. Ja, wir buffen dich. Die sind ja alle schon hier so gut wie erledigt. Hallöchen an Riosaki. Grüß dich. Genau, Weihnachtsbäumchen gab es schon. Wie gesagt, ich verrate nix mehr. Ueroffene Karten müssen wir es ja irgendwann treffen. Das ist ja viel zu einfach. Genau, das wäre ja zu einfach. Aber damit sind wir jetzt hoffentlich gehypt. Und es wird ja ein YouTube-Projekt. Nur du willst Bescheid wissen. Wir werden auch wieder zusammen streamen in naher Zukunft. Aber erstmal wird es ein YouTuber. Und ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Aber ich schätze mal, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass dann gemeinsame Streams eher mittwochs stattfinden. Weil wir da beide streamen. Würde sich also sogar anbieten. So. Und jetzt gehen wir erstmal hier in die Stadt rein. Und werden jetzt hier einige Speerträger miteinander hier verschmelzen. Dann schmeiße ich die beiden Speerträger raus. Und holen wir zweimal Argent gerade. Weil die kosten ihn halt deutlich weniger. Und sind deutlich besser. Und dann kann ich endlich den da drüben fertig machen. Ja, Mailand lassen wir mal immer noch kaputt. Wir haben zum Glück keine neue Fraktionen kennengelernt. Neue Fraktionen werden ätzend. Haben wir auch schon besprochen, Arkadol. Haben wir auch schon besprochen. Der ist ja auch bald. Ich weiß bloß noch nicht genau wann. Ne, ich kann keinen Frieden mit ihm machen. Ich weiß leider noch nicht das exakte Datum gerade eben auswendig. Aber auch zu EU4 habe ich natürlich vor, was zu machen. Und ich bin zu günder sowieso. Ach, wie süß. Das nehmen wir. Das ist ja niedlich. Da haben sich gerade eben tatsächlich die Tiermenschen zum Teufel gejagt. Oh, Gott sei Dank. Jetzt haben wir die hier. 43, 42. Ja, die machen halt hauptsächlich mehr Schaden. Ist so mein Eindruck. Dann holen wir uns jetzt Angerial zurück. So ärgerlich, dass der Laden kaputt gegangen ist. Naja, was soll's. Ich übertrag mal die, äh, Namen hier. Versnobbte. Pixer. Weil dann werde ich die nämlich jetzt hier ersetzen. Und Zahnstocher-Träger. Einmal, weil ich heute großzügig bin und euch das nicht wegnehmen will. So, dann haben wir nochmal zwei Argentgardisten, die jetzt hier reinstehen. müssen. Fuckwards, können wir die Verteidigung nochmal verbessern. Und jetzt holen wir natürlich auf jeden Fall das da hier noch mit rein. Für die Verteidigung. Da kommt was von Westen. Da kommt immer irgendwas von Westen und von Osten. Aber wie gesagt, Lothorn durfte relativ safe sein. Wir rekrutieren hier. Das ist das Wichtige. Unsere Armee ist natürlich gleich wieder da. Fürden. Und wir könnten gleich Elten... Was hat denn der da? Der hatte ja seine Glaubensträger von Artel Tamara. Hm, okay. Sollte man im Hinterkopf behalten, dass sie da sind. Mhm, mhm, mhm. Ja, wir machen wieder mehr Wachstum, weil das ist das, was wir am dringendsten brauchen. Wir haben zum Glück niemanden kennengelernt. Das ist gut. Das hindert die Welt daran, uns zu hassen. Das ist wiederum einfach... Die ist ja untot, ey. Naja, also wie gesagt, die Siedlung kann ich leider nicht wirklich verteidigen. Das ist ein Problem. Und das da drüben wäre alles gar kein Problem gewesen. Wäre die Thematik nicht gewesen, dass da jetzt die Dingenskirchens auftauchen. Wie heißen sie? Die Tiermenschen. Verdammte Axt. Also mehr Rekrutierung für... Ich habe übrigens jetzt Levels, äh, Runde 20. Gab es irgendwie eine Wette oder sowas, Hans? Ich glaube, es gab keine Wette, oder? Wie lange ich überlebe? Doch, Wette gab es. Aber es war, äh, Vorrunde 20, 20 bis 39 und 40 plus. Okay. Weil dann, ja, das eine haben wir jetzt hinter uns. Das wollte ich nur erwähnen. Mhm. Ich muss verhindern, dass der jetzt mir auch wieder Trouble macht. Ich renne einfach nur, warte mal. Wie viel Verteidigung hat das Ding nicht so viel? Von Kampf zu Kampf. Haben wir Items gefunden? Keine Nennenswerten. Ne, keine Nennenswerten. Äh, wir haben Gott sei Dank niemanden kennengelernt. Der Satz klingt wie die Werbung der schlechtesten Dating-Plattform ever. Achso, du meinst, weil da jemanden kennenlernen eine Strafe ist fürs eigene Leben. Also, wir müssen Elton besiegen. Das Spiel ist der Meinung, wir schaffen das nicht. Ich denke, wir schaffen das schon. Müssen wir halt bloß wieder selber spielen. Er hat relativ wenig Fernkämpfer. Das ist wiederum jetzt mein Vorteil. Ich habe wiederum mehr. Und seine Reiter werden hoffentlich keine allzu große Rolle spielen. Oh Gott. Ey, wir haben einfach überhaupt keine Energiereserve. Sag mal, ich dachte, Ultuan wäre so eine magische Insel, liebes Spiel. Oder ist die Batterie leer hier, weil Gründe. Apropos Gründe, ne. Hm. Ich versuche zu verstehen, was das Spiel hier für ein Problem hat. Okay. Äh, Moment. Das hat alles eher so mittelgeil geklappt hier gerade eben. Ach, egal. Also, wir werden jetzt hier die Truppen mal ein bisschen mehr auffächern. Und dann hier fixieren. Wir werden das Video wieder beim letzten Mal machen. Das hat eigentlich ganz, ganz, ganz gut geklappt gehabt. Auch dich hier noch rein. Ja, die sind schon wieder irgendwo hier verstanden. Das war klar. Dinge, die einen nicht wundern dürfen. Diese. Er ist auf jeden Fall auch noch kein Flieger. Sonst würde ich ihn sehen. Wir werden das wieder versuchen, orchestriert zu machen. Das heißt, gleichzeitig anzugreifen mit allen Truppen. Unsere Schlagkraft mit der feindlichen Verwirrung zu kombinieren. Das ist gar nicht mal so schlecht, dass ich es so lange nicht zu sehen ist. Aha. Da ist die Adler-Klaus-Speerschleuder. Sie ballert rein. Na gut, dann halt hinterher. Oder Attacke. Oder sowas ähnliches. Go, 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 go. Da sind es hier Speerträger. Argent Garde. Und da ist ein gewisser Elton. Striking fort. Tireless. Forward. Advance. Ich gehe. Grunt Aspen. Glory awaits. Wir haben den Kahn, Magical Power. Sehr gut. Ardates. der tage hat schon ganz gefressen das ist gut was ist das hellurianische grenzreiter ihr sollt nicht davonlaufen noch mal da oben ist mit die flanke da weg jetzt sehe ich elton schon wieder nicht mehr da vorne ok oh wir können wieder einen dinge sie runter schmettern hier rein bogen schützen fliehen das ist nicht halt hier sind hier interessant so du machst jetzt mal weg das wird sie getan wir müssen dringend eltarion besiegen das ist der wichtigste die stehen leider zu gut im wald zu gut im wald zu dem wald jetzt sieht ich mal da drüben hin zurück ihr wartet hier auf eine bessere gelegenheit er ist schon fast dauern wäre gut wenn du es mal treffen würdest man nur noch 80 leben das war es mit eltarion oh die machen ja gar nichts boah ich hoffe die haben irgendwann mal keine munition mehr diese blöde jane das ist ja pure pain ach da ist der henry der kevin ist hier muss mich kurz um ihn kümmern gut die siegert nur der fliegt aber er fliegt nicht genug ich bin meine augen so ich will dass auch der letzte held von denen es hier noch drauf geht wird was ich aus dem nahkampf raus dann greift ihr hier noch an ihr verfolgt ihr noch das ist gut könnt ihr noch dir noch verfolgen die haben sich gesammelt ja viel haben wir jetzt hier nicht mehr thüringen machte die one man army und ich hoffe dass die jetzt hier langsam aber sicher auch mal ein einsehen haben dass es vorbei natürlich sehe ich dir jetzt nicht mehr im richtigen wichtigen moment so die wanken hier wankt noch mehr du bleibst hier na also schön gekesselt den verein leider haben die ja noch sehr sehr viel jetzt baue ich halt komplett auf die grenzläufer können wir mal gespannt sein ob das funktioniert auf die zu bauen acht stück es ist eine herrliche absurde schlaf dir ich finde es krass wie lange die durchhalten als die gegner insbesondere das ist wirklich groß endlich sind sie geschlagen so bewegt euch vorwärts informationen völlig egal hauptsache so diesen sehr gebrochen und kommen auch hoffentlich nicht wieder jetzt muss ich in die richtung noch gehen ich habe leider immer noch irgendwelche einheiten die auf mich schießen ich will dass dieser argent gerade raus langsam aber sicher tun sie türen echt wie schieb maladier schieb ok schnell darüber den rest schonen wir ein bisschen die glaubens träger von alter tamara müssen weg die haben wenigstens auch keinen anti large bonus noch neun namen seifenlord grüß dich da drüben sind hat sie noch bogenschützen okay die sind gebrochen hallo ich bin auch in hat der moto das darf wohl nicht wahr sein ich würde bogenschütze die mich nerven wursch eisenschrei grüß dich ebenso und dankeschön für vier monate zählte schon als vierteljahr das ist eigentlich sogar mehr als ein vierteljahr das ist ein dritteljahr hehehehe ich glaub da ich hab endlich nicht viel übrig boah ich muss ihn echt rausholen aus der argente die argente macht richtig trouble endlich was für eine lösung in diesem moment ich glaube wenn du sie dazu gebracht hättest kurz ins wasser zu gehen hättest du weniger verluste gehabt ich hätte die da nicht rausgekriegt ich hätte die nicht rausgekriegt aus dem ding das machen die leider nicht das ist das problem jetzt haben wir leider die äh 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 kavallerie verloren aber wir haben immerhin elton besiegt geschoss resistenz ist sehr sehr gut ansturm abwehren gegen große feinde wird er weniger brauchen raha gras stolz diverseste weiße löwen ich denke wir können uns diese weißen löwen holen so wieder zwei level ups täuschen und kontern bekommen wir jetzt einen schicken buff für unsere truppen den hätten wir gerade eben schon echt dringend gebrauchen können so dann hole ich mir noch den schutz von loik dass wir noch mal ein bisschen mehr schutz gegen beschuss haben für thürion äh magie ja für die magierin nehmen wir kennblitz manchmal ist er ja sogar fast gut mit betonung auf fast elton war kurz vor kurzem live auf twitch und hatte rainbow gespielt das habe ich mitbekommen dass der echte elton tatsächlich gestreamt hat ich glaube so mit der auch mit der begründung meine frau hat es mir erzählt so ja wenn ich sowieso zocke kann ich auch streamen das ist eine logik ne das ist eine absolute logik äh da 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 also man merkt das streaming setzt sich auch in der deutschen tv prominenz so langsam aber sicher durch zu dumm dass ich keinen einzigen kenne schade sonst könnten wir zusammen machen so dille tilstein haben wir jetzt hier immer noch ich weiß dass arcon und stefan stream ich weiß ich weiß die finde ich sogar ziemlich cool also ich war ja damals fan von ihren filmen also ich fand die damals voll cool als sie rausgekommen sind ach gottchen ach gottchen ach gottchen wir gehen jetzt mal wieder nach angereal zum schnelleren regenerieren weil hier schneller regeneriert wird hier sind schon wieder irgendwelche ätzenden untoten die ich nicht haben will die magierin levelt auch wieder ein stückchen noch mehr kennenblitz mehr einfluss und kontrolle holen wir uns jetzt mal ich brauche mehr einfluss ganz dringend jetzt wir haben auch die kohle wir brauchen wieder neuen kommandanten nachdem wir den letzten ja so ärgerlich verloren haben wir haben wieder niemanden kennengelernt das ist wiederum für uns gut sollen wir händel kämpft sorgen dass er mit jetzt ich glaube nicht dass henry kämpft mit zocken würde ich glaube der hat sehr viele interessantere angebote und nimmt nicht mal die an wir haben auch andere leute die jetzt hier vorbeikommen wollen ich muss trotzdem noch eine runde regenerieren bevor ich in die attacke gehen kann das ist momentan ansonsten wahnsinn wir versuchen es angereal wieder aufzubauen das wichtige ist dass wir dich jetzt hier haben also hogwarts ist jetzt hier einigermaßen safe mit betonung auf einigermaßen das hier lassen wir immer noch das hier ignorieren wir drückt die daumen drückt die daumen genau das war das markenzeichen von stefan meine ich der der hatte das immer so umgelegt meine ich woher dazu sagen muss für per anhalter durch die galaxis wäre er perfekt gerüstet gewesen mit dem antuch vielleicht ist es sogar eine anspielung gewesen ich weiß es nicht das kann ja sein also gut die bude brennt seegarde bekommt mehr führerschaft und noch mehr nahkampfabwehr dann nennen wird seemeister und unsere armee ist nun einsatzbereit für die nächsten für die nächste schlacht sag mal wo kommen die denn her guckt euch mal diesen schlumpfhausenverein hier an auf einmal dunkel elfen elite kommt aus dem gulli geklettert ausgebildet von meister splinter persönlich weil sonst kann ich mir diese elite hier nicht erklären ich sag's euch genau okakikaki richtig ne also okakikaki wäre es gewesen wenn das jetzt eine full stack geworden wäre es war wichtig dass ich denen jetzt hier zeige dass ich full stacks hier nicht leide ähm ja wieder unsere aufstellung so einmal bitte dahin einmal bitte dahin einmal bitte dahin ihr geht wiederum dahin die löwen ich weiß nicht wo ich die hinpacken will also gut alles egal wir gehen jetzt hier sowieso da ihr geht hier rein die löwen stelle ich dahinter thürion geht hier rein und du begleitest dich genau die rebellenarmee mit elite einheiten richtig wo man sich immer denkt woher wo habt ihr die ausgegraben da flappen haupen durch die gegend haupen haupen nicht haupen sondern haupen kann ja immer noch kanalisierung machen schreckensperre ja ja ich bin doch schon richtig erschreckt ich sag's euch biet biet tanken sie energie danke ah habe ich irgendwo teenisch w devastating ninja turtle elf. Sind gehört ja hier die dunkle elf nur müssen irgendwie wobei die sehen ihr so aus das ob sie ins os gefallen wären um mal in der thematik dran zu bleiben manövrieren wir ihn hier mal durch jetzt lassen sie mal schließen sie werden früher oder später schon kommen wir sind immer noch nicht nahe genug dran um sie alle tot zu schießen näher an beschafft das gefühl ich könnte ja mal was runter werfen vorsicht steinschlag die ironie dass ich ausgerechnet die vögel damit treffen das muss gezwiebelt haben ich sag's euch attacke schatten mit doppelwaffen haben glaube ich ein echtes problem mit löwen wo bist du schon wieder das ist viel zu weit da hinten nein bitte geh davor noch mal ein steinchen vor himmel werfen ach das betrifft er sogar nur ihm habe ich völlig vergessen dass er gar kein area buff ist das ist ja nur für ihn thürion und seine absurden werte der härteste bastard in diesem spiel und er hat noch nicht mal das schwert des caen weil wir immer noch unseren komischen kindergarten aufpassen müssen der sich lotho nennt die ritter der nacht haben die schnauze voll thürion du sorgst mal bitte dafür dass die dame nicht wiederkommen die kommt nicht wieder hallo ich in magdeburg grüß dich die kommt nicht wieder die hat die schnauze gestrichen voll hui 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 ne sunfang hat er noch nicht müsste ich eigentlich demnächst mal machen aber ich komme ja hier zu nix aber vielleicht komme ich jetzt gleich dazu Ok Also die sind jetzt schon so gut wie erledigt wir nehmen wieder die verlustverstärkungsrate Ich bin ernsthaft am überlegen ob ich nicht vielleicht sogar noch Ich komme nicht mehr ran Nee, dann gebe ich lieber hier hin. In die Reichweite der Stadt. Ich weiß immer noch nicht, was ich mir geben soll. Es gibt da einfach keinen guten Buff. Für Tyrion goes mad. Und seine typischen Einheiten. Ich meine, man könnte jetzt hier noch die Isha-Sache machen. Aber irgendwie passt das nicht. Im Dienste der Isha ist tötig für Cain. You know what I mean? Es ist vertrackt, verzwickt. Ich gebe ihm jetzt noch mal ein bisschen mehr Rüstung. Dann bekommt er noch mal weniger Schaden. Oh, dann sind wir jetzt an dem Punkt, wo ich sagen würde, Sunfang wäre eine coole Idee. Gegen wen geht's da? Gegen andere Hochalfen, genau. Dürfte jetzt nicht so kompliziert werden, das zu gewinnen. Hoffe ich. Das ist auch jetzt für mich wieder der ultimative Test. Ist diese Quest-Schlacht immer noch gefixt? Wir müssen ja davon sprechen, immer noch gefixt. Achso. Das ist ein schwerer Tag für Ulf-Wan. Wenn Asya kämpft Asya mit der Wunschung der Wunschung. Belkohadris will surely weep, as I will, for the dead that I slay this day. But make no mistake, I will reap a toll, for my honor has been called into question. The offense must be sated, and only then shall I take up Sunfang na gut ach gott jetzt geht direkt los ok männer alle zusammen sammeln das sind diese guten alten schlechten schlachten wir stellen euch so auf nummer drei so ich weiß dass er die verstärkung kommen wird da noch hin ich weiß gerade gar nicht wie schlimm das ist was da rauskommt aber es war glaube ich nicht cool da kommen sie schon ich weiß nicht Die Leuven haben wir hier noch. Und ich möchte die jetzt alle gerne beieinander haben. Das läuft nicht so, wie ich mir das wünsche. Vielleicht ist das so jetzt sinnvoll. Autsch, da habe ich ein paar eigene getroffen. Ich muss jedes Mal lachen, wenn du das sagst. Das ist wirklich so. Es ist ein, wenn man es so sieht, ist es ein DLC, was eine eigene Kampagne hinzufügen, wenn man das möchte. Naja, aber nur, wenn man das selber noch spielt, wo ich sagen muss. Also meine persönliche Meinung ist, man sollte wo einmal eins nicht mehr spielen, wenn man drei spielen kann. Oder zwei. Da war schon sehr, sehr, sehr viele wichtige Änderungen bei. Wobei es immer noch so ein gutes Spiel ist, wenn man die anderen beiden nicht hat. Aber wenn man die Wahl hat, dann ja nicht. Ja genau. Okay, halten wir mal fest, die Schwertmeister sind auf Dauer echt ein Problem. Natürlich habe ich wieder keine Magie mehr übrig. War ja klar. Aber wir schießen sie ganz gut zusammen. Da fliehen auch die jetzt hier. Dann müssen die hier noch weg. Wir sind nach Hause rennen. Nee, ich will lieber wieder studieren gehen. Jäger und Sammler? Was ist mit Jäger und Sammler? Die kommen ja schon wieder. Du bindest die jetzt hier mal im Nahkampf, dass sie nicht mehr schießen. Und du kümmerst dich um die da. Ja, die packe ich mal besser, diese Nahkampfsituation. Sonst gehen die mir noch drauf. Und jetzt schießen wir den Kommandanten hier zu Brei. Ja, das funktioniert. Das ist überhaupt noch so viel von denen kämpfen. Boah, mal eins ist ein eigenständiges spielfälliger TLC, was dem Teil 3 einige Fraktionen hinzufügt. Genau, Velo. Manche würden es als ein schräges Add-on bezeichnen. Hallöchen Titanic-Taucher, grüß dich. Na, wie geht's? Hoffentlich gut. Wobei, es gibt noch eine Sache, die gibt es nur in Teil 1 und nicht in 2 und 3. Das sind die Spezialkampagnen von Tiermenschen und Waldelfen. Hatten die wirklich Spezialkampagnen? Ja, darum sind die so teuer. Verhältnismäßig den anderen sie. Die jetzt hieß sowohl die Tiermenschen als auch die Waldelfen eine eigene Kampagnen, wo immer eins ist. Oh Gott, das habe ich völlig vergessen. Aber das kam nicht gut an, ne? Die war nicht gut, also ich glaube die Waldelfenkampagne ging, aber die Tiermenschenkampagne soll echt nicht gut gewesen sein. Ja, das ist halt immer wieder der Versuch von CA gewesen, neue Kampagnen aufzuziehen, die aber keiner will. Die Leute wollen halt immer nur die große Kampagne, so wie jetzt hier zum Beispiel die Mortal Empires. Trotzdem haben sie immer wieder versucht, jetzt auch mit natürlich Reiche des Chaos, neue Kampagnen hochzuziehen, die wie gesagt keiner will. Habe ich manchmal so das Gefühl. Also, ich weiß es nicht. Wobei, es könnte wiederum da wiederum der Irrtum sein, was wir uns vorhin ja gesagt haben, ne? Also die Hardcore-Community will es halt nicht, währenddessen die Casual-Gamer das durchaus spielen. Und wenn die Daten dann halt suggerieren, ja das spielen ja so viele, dann kann es auf die Idee kommen. Das ist, glaube ich, wie immer dieses ganz, ganz große Problem, Hardcore-Community versus Casual. Okay, Ventress meint, die Tiermenschenkampagne war und ist einfach nur schlecht. Wobei ich mir halt bei den Tiermenschen-Wallelfen vorstellen konnte, die haben es ausprobiert, den Hardcore-Fans gefiel diese Extra-Kampagne nicht. Und den Casuals haben sie sich gedacht, warum ist denn das so teuer? Ne, das kaufe ich jetzt nicht. Kann gut sein, ja. Ja, also für die damalige Zeit, ich sage es mal so, also so rein nur für die Einheiten, rechnet sich halt der DLC eigentlich zu den 18 Euro oder 19 Euro, was es auch heute noch kostet nicht. Immer auf den Sale warten, immer. Da kriegst du es inzwischen deutlich günstiger. So, wir haben die Sonnenklinge. Da ist ja auch einmal pro Jahr der Skulls for the Skulls for the DLC, da ist das immer ordentlich untergesetzt. Weihnachten kommt auch bald, also. Ja, genug Chancen. Ich rechne auch bei Gamesplanet demnächst mit einem Winter Sale. Da geht schon was. Oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich hier wieder Einheiten verloren. Wir haben einen Speerträger verloren. Wie gehe ich damit um? Ich gehe damit um, dass ich mir nochmal eine Seegarde hole. Leider haben wir gar nicht wirklich Erfahrungspunkte bekommen. Normalerweise bekommt man doch für so eine Quest-Schlacht so viele Erfahrungspunkte, dass du da ein bis zwei Level abbekommst. In diesem Fall habe ich irgendwie nichts dergleichen erlebt. Spannend. Hat zumindest nicht mehr Thüringen. Doch, er hat einen Level abbekommen. Einen. Den habe ich gerade eben so schnell abgehandelt, dass ich es gar nicht mehr mitbekommen habe. Okay. Alle lassen sie uns in Ruhe. Und wir können gleich wieder einen neuen Kommandanten ausheben. Frau Ware, mein Casual-Spieler, Hardcore-Spieler, im Herzen sind wir alle blutig. Wohl wahr. Der war Dieb. Die sind immer noch dabei, hier Truppen zu rekrutieren. Rekrutieren. Winde der Pein. Ah, so ein Mist. Also, wir holen uns jetzt wieder einen neuen Commander. Wieder eine Erzmagierin dieses Mal. Dieses Mal Unternehmer. Oder einfach einen Helden, der ein bisschen mehr... Nee, ich bin eigentlich bei Hochelfen immer ein Fan von Erzmagiern. Ich nehme jetzt hier eine Unternehmerin. Die gleicht ein bisschen das Geld aus, was sie uns kostet. Und bleibt hier hinten bei Hogwarts. Das hier ignorieren wir. An Gerial bauen wir für das erste nicht aus. Ist noch zu kritisch. Nächste Runde sind die ja wieder soweit regeneriert. Fendris meint, ich verwahre mich gegen diese Aussage. Ich bin kein Steak. Spiege deine weisenden Worte und weg. Nein, 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 nein. So langsam aber sicher baut hier... ...Safari ordentlich Truppen. Das ist ein unerwarteter Angriff. Der... Das fängt jetzt an uncool zu werden. Ich war tatsächlich im Belagert. Ich glaube, ich spinne. Die haben mich wirklich belagert. Deswegen niemals in die Stadt reingehen. In so einer Situation. Meine Güte. Die... Die Rebellionsarmee hat mich belagert. Das hat mich jetzt eine Runde Regeneration gekostet. Das tut weh. Wollen wir noch Mut der Zeitalter dazu holen? Ja. Noch mehr Waffenschaden. Für Tyrion. Noch mehr Uranus Donnerkeil. Wie gut ist die Armee hier? Wie gut ist die Armee hier? Die nächste Gelegenheit hier, Schaden anzurichten. Es gibt Glück, um zu gewinnen. Die Schaden sind immer nutzbar. Das Gute ist, dass sie bei Alistair Hafen hier auch nicht wirklich was reißen. Trained by the White Tower. Mal, kommst du an die ran? Du kommst an die ran. Geil. Ja, dann verliere ich diesen Bogenschützen. Ist mir jetzt egal. Ich werde jetzt dafür nicht eine Schlacht schlagen. Bestimmt nicht. Wir haben den Schurkenhelm erhalten. So, kolonisiert. Gut. Äh, dann holen wir uns die berittenen Bogenschützen von Illurion hier. Hm. Hi, Willkw. Dunkel- und Hochelfen gegen Hochelfen. Wir sollen die verweichlichten Hochelfen da die Zukunft haben. Wir sind der durchgedrehte Tyrion. Wir haben gute Gründe dafür. Es ist nicht Dunkel- und Hochelfen gegen Hochelfen. Es ist alles gegen Hochelfen. Alles gegen mich. So. Es ist einfach, this is total war. Mit Tyrions Madness. So, du rekrutierst ja auch gleich wieder Truppen. Äh. Leider habe ich nicht sehr viel Kohle. Was echt problematisch ist auf der Auge. Und jetzt möchte ich mir dann doch endgültig den Turm von Hoes holen. Ich weiß nur noch nicht wie. Das muss Tyrion jetzt leider ganz alleine machen. Der weiße Turm von Hoes muss einfach jetzt hier... Hi, Elton ist auch wieder da. Elton ist auch wieder da. Ich darf hier nichts erobern. Wenn ich einen Schritt in die Richtung gehe, kommen von der anderen Seite, machen alle zwei Schritte auf mich zu. Nee, die... Ich da... Die Regel bei, ähm... This is total war ist, dass man keinen Frieden machen darf. Das ist eine goldene Regel. Ich probiere mal hier die Einheiten anzugreifen. Das hat nicht geklappt, Charlie. Die Verteidigung ist hier nicht sehr gut. Das würde aber schon helfen, wenn ich jetzt diesen Laden jetzt hier mal... Ich glaube, ich nehme jetzt hier mal kombinierte Elite. Das ist irgendwie mal die Speerträger auch was können. Und dann muss ich eigentlich Torfinu nehmen, damit ich die jetzt hier vernichten kann. Ähm... Ich traue mich nicht dadurch. Hm... Versunkene Truhe. Wie sinnlos. Das wäre hier echt die sinnloseste Belohnung überhaupt. Ich bring Assyrians Feuer. Ach, ärgerlich. Schade. Sehr, sehr schade. Hi, Mage. Hi, IMF. Wir tun uns heute die gesamte Welt an, weil wir spielen ein This is Total War. Count Noctilus Reigns. Protektor der Erde. Ich habe mit jedem, den ich kenne, Kriege in dem Moment, wo ich ihn kennenlerne. Der Gott steht mit mir. Ich hoffe, dass Elton da jetzt stehen bleibt. Damit ich die... Wo kommt denn der her? Er ist ja schon hier. Elton bleibt also nicht stehen. Hm... Können wir diesen Angriff schaffen? Nein. Dann machen wir ihn auch nicht. Dann machen wir ihn auch nicht. Und jetzt kommt wieder Forschung mit denen wir nichts anfangen können und gerade eben. Okay, niemanden kennengelernt. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass die jetzt mich jetzt hier gleich mit zwei Fullstacks attackieren. Das wäre sehr, sehr ungünstig. Das wäre sehr, sehr ungünstig. Oh, shit. Das große Problem mit This is Total War. Wir haben es jetzt. Aber wisst ihr, was das schön ist? Wenn wir das, wenn wir jetzt Lothan verlieren, haben wir einfach die wunderbare Möglichkeit mit Tyrion zum Schwertes Cain zu pilgern. Dann werden wir uns einfach hochmetzeln und uns das Schwertes Cain holen. Und dann ist alles egal, weil einen Tyrion mit dem Schwertes Cain kriegst du nicht mehr besiegt. Okay, aber jetzt müssen wir erstmal verteidigen. Der hat hier tatsächlich ein paar Adlerklau-Sperrschleudern. Und hier sind ein paar Turmillis. Also wir haben auf jeden Fall genügend Bogenschützen wahrscheinlich, um ihn nur richtig einzuschenken. Hier macht es auf jeden Fall Sinn, ordentliche Verteidiger auf die Mauer zu stellen. Du stellst dich hier hin. Und du nochmal ein bisschen hier. Wir brauchen nicht alle Bogenschützen hier, aber ein paar stehen hier schon ganz gut. Euch gebe ich mal die Nummer 3. Dann werden wir hier ein paar Bogenschützen hinstellen, weil hier werden sie versuchen durchzubrechen. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Mauer hier sinnvoll beschützen kann. Da drüben kommt auf jeden Fall auch noch Verstärkung rein. Es könnte also Sinn machen, auch diese Position nachher noch zu verteidigen. Ja komm, ich glaube wir stellen uns tatsächlich mit denen hier eher dahin. Da wo die Artillerie des Feindes nicht wirklich rücken kann. Hier gehört alle zu Nummer 3. Hier oben auf die Mauer ist auch okay. Ich habe jede Menge Cavalry, die ich gerne einsetzen möchte. Um die da drüben zu bekämpfen. Hier nochmal eine Verteidigung hin. Ne, den brauche ich hier nicht. Den stelle ich dann lieber nochmal hier hin. Weil wenn die hier reinkommen, will ich hier auf jeden Fall auch die Turmgeschütze hier sehen. Dann haben wir nochmal eine weitere Speerträger-Einheit, die wir auch noch hier auf die Mauer stellen. Die Magerin wie gesagt auch hier. Wo habe ich hier noch Türme? Ach da! Ein Turm hier hin. Ja, der Turm ist da hinten, das ist sehr weit weg. Machen wir hier noch einen Turm hin. Ach Gott, ich habe hier noch einen Speerträger. Nein, du bleibst hier und bist nicht Teil davon. Wir sind nur da reingekommen. In diese Truppe. Wenn wir Glück haben, bekommen wir viel kaputt von denen. Jawoll, das eine haben wir kaputt gekriegt. Schießt das Ding kaputt. Schießt das Ding kaputt. Yes! Das ist jetzt hier Rohirrim bei Wish bestellt, Freunde. Ach so! Die größten Quatsch-Cüchern. Es soll ihn getan werden. Entstanden? Ach so! Es ist destiny. Hier ist der Verschmacht! Wie sagst du. ok wir haben es tatsächlich geschafft ihre elurianer zum teufel zu jagen was ich toll finde hallo es geht auch in die dahin da kommt der rest jetzt hier angeguckt wir brauchen neue turme wir brauchen neue turme ich bin ich diese blöden trümmer wenigstens anwählen könnt ihr wisst ihr das ist nein das wollte doch gar nicht wo ist der trom ich kann ihn nicht anwählen es ist so zum kotzen ich kann ihn nicht anwählen es soll be done understood Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Orders received! Acknowledged! Asa, move! The winds flow through me! I summon the wind! Okay, du kommst mal in diese Richtung noch. Ich habe das Gefühl, dass wir hier das Schlimmste hinter uns haben. Silver Helms! Pull back! Love and Seaguard! Without fail! Loyal! Silver Helms! Kann ich irgendwo noch einen Turm setzen? Ey, wenn ich diesen Turm wenigstens sehen würde. Da, 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 da! Nein! Mann! Da, endlich! Ich habe keine Ahnung, wo die hintingeln. Wahrscheinlich hierhin. Oh! Wir kommen jetzt hier wieder rein, wo die Mauer gebrochen ist. Oh! captures! Kill them! It will be done! Quickly, now! Forlofen! die stellen immer noch der Warnung die Stiere waren das nicht und schlecht So, jetzt kommt ihr noch her. Ich habe noch so viele Bogenschützen, die einfach nichts bewirken. Also gut, ich brauche die da drüben. Ich brauche sie da drüben. Na? Es sind sehr, sehr viele, die da gerade kommen. Und jetzt haut er das da drüben noch auf, wenn er meint. Ja, 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 nicht gut. Ich mache mir hier zu. Wäre ganz gut, wenn das jetzt zu wäre. Äh, ich kann da hinten noch irgendwelche Tromme setzen, genau. Ich diesen Trommeposten bis angesehen könnte. Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Da kommt der Rest von denen. Okay. Hi, Howdy. Ganz im Ernst. Also wenn es die Aussage, wenn es CL überlebt, ist CL überlebt, ist ziemlich sicher. Sie haben halt einen Chipstorm an der Wacke. Und sie haben gerade eine Menge Chaos. Das ist definitiv der Fall. Aber ich sehe nicht, dass eine so erfolgreiche Firma wie CA das nicht überlebt. Bestimmt nicht. Das sind populistische Schwarzmalereien von Leuten, die sich wichtig machen. Einfach nur, um eine Schlagzeile zu produzieren. Vor denen ich euch immer wieder warne, Freunde. Immer wieder warne. Seit Jahren. Manch einer kann halt nur Content produzieren, wenn er halt auf die große Kacke haut. Die kommen jetzt hier rüber. Okay. Jaja, die Community war nicht happy. Aber wie gesagt, das ist das, was ich immer wieder sage, Leute. Das sind die Hardcore-Fans. Das sind nicht sehr viele. Im Vergleich zu der Gesamtzahl der Leute, die diese Spiele kaufen. Das ist eine laute Minderheit, die aus ein paar tausend Leuten besteht. Ist einfach so. Und ja, die sind auch wichtig. Aber die sind nicht so wichtig, dass sie alleine entscheiden, ob die Firma steht oder fällt. Das ist einfach wie immer die Frage der Perspektive. Und die Perspektive der Hardcore-Community ist halt so, ja, wir sind noch die einzigen. Ne, sind sie nicht. Und ich sage das, obwohl ich zu dieser Hardcore-Community gehöre. Ganz eindeutig gehöre ich zu dieser Hardcore-Community. Denn sonst würde ich das hier nicht machen. Aber ich sage euch, ich habe da halt einfach einen anderen Blick drauf. Und bin da deutlich anderer Meinung, wie die Lesart ist von all dem. Ganz genau, Spöken-Kieker, ganz genau. Deswegen mache ich auch dazu nichts, weil da wird so viel Kaffeesatzleserei gemacht. Da wird so viel quasi auf die Goldwaage gelegt. Das macht keinen Sinn. Also ich... Wollt ihr meine Meinung hören, was gerade eben bei CA los ist? Warum da in letzter Zeit so viel auch jetzt... Ihr habt ja vielleicht bei Book of Gruges gesehen, der hat kommentiert, was CA da so teilweise von sich gegeben hat im Steam-Forum und so. Wisst ihr, was ich glaube, was da los ist? Aufgrund der Tatsache, dass die einen Haufen Leute entlassen haben. Ich rede von... Keine Ahnung, über 100? Vielleicht sogar fast 200? Was passiert in einer Firma, die von heute auf morgen so viele Leute feuert? Selbst wenn diese Leute nicht sofort weg sind. Gehen die entweder in Urlaub, bis sie weg sind, oder sie arbeiten nur noch auf halber Backe, weil sie wissen, sie sind sowieso raus. Oder sie sind sofort weg. Das bedeutet, es bleibt ein Riesenhaufen Arbeit liegen und keiner weiß erstmal, was muss man eigentlich machen. Was ist gerade eben wie dringend? Und dann übernehmen manche Leute bestimmte Aufgaben, die sie vorher nicht hatten, mit. Genau, die werden umstrukturiert und müssen sich erstmal reinarbeiten. Müssen aber trotzdem das laufende Geschäft noch am Laufen halten. Und dann kommt es zu Missverständnissen, die innerhalb der Firma kommunikativ stattfinden, die dann aber auch natürlich außerhalb der Firma kommunikativ stattfinden. Das heißt, jemand, der vielleicht jetzt nicht unbedingt der absolute PR-Profi ist, macht zum Beispiel plötzlich eine PR-Aussage und macht das unglücklich. Und weil die Fans sowieso schon auf 180 sind, wird das sofort auf die Goldwaage gelegt und es wird einem dann gleich wieder ein Strick draus gedreht. Dann kommt der Nächste an und sagt quasi, das kannst du so nicht schreiben, das war nicht gut. Dann wird zurückgerudert. Oder halt umgedeutet. Und das wird dann aber auch wiederum negativ aufgefasst. Und so wird es so ein gewisser Teufel sein. Und das immer unter dieser Prämisse, dass da Leute am Werk sind, die gerade eben sowieso völlig überfordert sind, aufgrund der Umstrukturierung, die viel mehr Aufgaben haben als vorher, die vielleicht sogar selber noch bangen, könnte es mich treffen, oder die traurig sind, dass ihr Kumpel gefeuert wurde. Genau, wie du es machst, machst du es einem nicht recht. Richtig, Selostius. Und das ist die Situation, die wir gerade eben haben. So wie ich das einschätze. Wirklich reingucken kann keiner. Niemand weiß, was da gerade eben ist. Und die halten, also wenn ein CA in einer Sache gut ist, dann ist Funkstille halten. Das ist ein absoluter Fakt. Aber tatsächlich ist es auch das Beste, was sie gerade eben machen können. Sich nicht auf die Forderungen von irgendwelchen Creatoren einlassen, die alles im Sinn haben, aber sicherlich ihren eigenen Vorteil aus jeglicher Meldung ziehen. Den eigenen, wohlgemerkt. Und die Creator wissen es auch nicht besser. Ich weiß nicht, wie man so eine Firma führt. Um Gottes Willen, nein. Ich behaupte, kein einziger von meinen Creator-Kollegen weiß das. Und deswegen halte ich mich bei sowas zurück. Weil ich es anmaßend finde. Meine Meinung. Das ist nur meine Meinung. Nein, es ist gerade eine Rechtsfertigung, dass Warhammer drei Jahre verbuggt ist und Hyäna das machen, canceln, Troyzeit und raushauen. Jaja, aber wie gesagt, das ist ja was anderes. Troy 2.0, also du meinst, Pharao ist ja sowieso eine ganz andere Entwicklergruppe. Das muss man komplett voneinander trennen. Ich weiß, das machen viele nicht, ist einfach nur Unwissenheit der Community. Und die Creator wissen das, ignorieren das aber, weil sie wissen, dass ihre Zuschauer das nicht wissen. Aber statt Aufklärung zu machen, hauen sie lieber auf die Kacke, weil das sind schnelle Klicks. Ich weiß, wie das Geschäft läuft, weil ich mache das ja selber. Ich weiß, wie Kollegen von mir arbeiten. Ich mache das bloß absichtlich nicht, weil ich das teilweise für kontraproduktiv halte, weil ich nicht gegen die Firmen arbeiten möchte, sondern konspirativ mit ihnen und auch mit der Community. Also ich will sie nicht gegeneinander ausspielen. Das ist mein Ziel. Ich möchte niemanden gegeneinander ausspielen. Ich möchte ihr erklären und die Situation quasi im Idealfall, wenn ich sie nicht entschärfen kann, sage ich wenig oder gar nichts. Oder wenn ich weiß, ah, das ist das gewesen. Dann werde ich versuchen zu erklären. Alles andere ist schwierig und führt nur dazu, dass du die Situation eines sicherlich nicht machst, besser. Machst sie nicht besser, wenn du einfach was Reißerisches bringst. Entschuldigung, konstruktiv. Stimmt, du hast recht. Entschuldigung, Zauberer. Ich meinte konstruktiv, nicht konspirativ. Ich habe auch heute Nacht leider nicht sehr gut geschlafen. Das kommt wiederum dazu. Aber wie gesagt, konstruktiv zusammenarbeiten mit denen, sowohl auch mit der Community als auch mit denen entwickeln. Natürlich heißt es nicht, dass ich alles denen glaube. Garantiert nicht. Weil oft genug denke ich mir auch, hm, das ist komisch. Und warum macht ihr das nicht? Warum sagt ihr das nicht? Warum sagt ihr das so? Das sind alles so Sachen, die man dann, wo einem dann klar wird, da ist jetzt mal wieder von ganz oben verboten worden, dass mir irgendwas mitgeteilt wird. Aber das macht nicht nur CA so, das machen alle so. Nennt mir irgendeine Gaming Firma und ich sag euch, die machen das auch so. Nur das hat gerade eben alle auf CA einprüfungen. Und das, obwohl ich immer noch der Meinung bin, dass wahrscheinlich CA gar nicht schuld ist. Sondern irgendwelche Anzugträger, die über CA sitzen. Fängt mit SA an und hört mit EGA auf. Ist immer noch meine Meinung. Ich weiß nicht, ist nur meine Meinung. Ich weiß nur, denen gehört der Laden ja. Aber selbst das wird von den Creator-Kollegen nicht so benannt, weil sie sich denken, das ist für meine Zuschauer schon wieder zu kompliziert. Hau ich lieber auf CA ein. Den Namen kennen wenigstens alle. Den Leuten erstmal zu erklären, dass CA im Grunde zu 100% Sega gehört und dass alles, was die machen, im Grunde von denen aufoktroyiert wird. Hallöchen, Herr Kartoffel, grüß dich. Das ist dann schon meistens schon zu viel Erklärung für manche. Obwohl ich ihnen unterstelle, sie wissen es besser. Ich unterstelle ihnen, sie wissen es. Okay, wir müssen jetzt hier ganz, ganz kurz uns mal nach Hogwarts zurückziehen, dass wir hier schneller regenerieren. Wir haben leider Lotharn verloren. Was nicht heißt, dass wir down sind. Das heißt nur, wir haben schon wieder einen Kommandeur verloren. Er ist auf jeden Fall gut im Scheitern. Wir können hier nochmal einen weiteren Helden benennen. Das ist dann der, nee, doch Feuerkeks. Genau, das ist jetzt der Feuerkeks. Den haben wir, den jetzt hier von Syrocarus auch abgeschlossen. Gut, gut, gut. Alistair Hafen lassen wir mal kaputt. Habe ich jemanden Neues kennengelernt? Bitte sagt nein. Natürlich, ich habe ihr Trunkenen kennengelernt. Na gut. Tatsächlich sagt mir der Name sogar gar nichts, aber wisst ihr, ich gucke nur ganz, ganz wenige englischsprachige Creator. Wollen wir das vielleicht sogar selber spielen? Ne, haben wir ja auch keine Chance. Und das waren eigentlich bis jetzt immer die, die ich als nicht toxisch wahrgenommen habe. Sie sind auch immer noch nicht toxisch. aber sie machen gerade eben auch nicht alles richtig in meinen Augen. Okay, Siedlung wurde ausgeraubt. Das ist natürlich jetzt doof. Ich stelle mich jetzt hier in den Hinterhalt und versuche den Laden zu reparieren. Dann hier mein Agent Einheiten angreift. Jetzt hat er sich sogar selbst gemessert. Ey, dreimal nicht erfolgreich bei 46% und beim dritten Mal hat er sich selbst umgehauen. Ist auch eine Leistung. Ist auf jeden Fall auch eine Art von Hattrick. Kein schöner. Ach, der Bobby Cottage. Ach, das war doch... Ist das der Neue oder ist das der, der jetzt gegangen ist? Ich habe bei Maurice auf seinem Kanal gesehen, dass der Blizzard-Chef gegangen ist. Ist das der Alte, der jetzt geht oder ist das schon der komplett Neue? Noch bis Ende des Jahres. Der Alte. Jaja, dass der nicht sehr, sehr beliebt sein kann, das glaube ich sofort. Aber das sind halt die Leute, die halt die Strategie der Firma vorgeben. Das sind halt in der Regel Einzelpersonen oder kleine Gruppen. Aber das ist ja auch bei jeder Firma anders. Also bei manchen Firmen ist das halt... Macht das einer, bei manchen ist es eine gewisse Vorstandsgruppe. Das kann man halt leider auch nicht verallgemeinern. Das ist sehr, sehr häufig sehr, sehr unterschiedlich. Geschäftliche Eloquenz. Oh, cool. Champion of the Everqueen. Jetzt gib mir meine Stadt wieder. Ey, natürlich hat die Siedlung jetzt schon wieder eine Milliarde Truppen. Natürlich hat die eine Milliarde Truppen am Start. Ventress meint, ich glaube, dass die wirtschaftliche Druck auf die Gaming-Branche so groß geworden ist, dass hier aktuell viel unpopuläre Entscheidungen getroffen werden müssen, um konkurrenzfähig zu bleiben, um die Aktionäre friedlich zu stimmen. Leider sind diese Entscheidungen nicht immer richtig. Das stimme ich dir auch zu Ventress. Definitiv. Denn wenn man einmal mal anguckt, wie sich gerade eben die Gaming-Branche nach dem Corona-Hoch, na, für die Gaming-Branche war es ein Hoch, man kann es auch ruhig so benennen, jetzt gerade eben strauchelt, überall werden Firmen geschrumpft, geschlossen und so weiter und so fort, muss man sich einfach darüber im Klaren sein, dass, ähm, ja, da musst du Entscheidungen treffen, die nicht gut ankommen. Du hast gar keine Wahl. Das ist leider so. Ähm, ich werde Tyrion und sie hier hinstellen und euch und euch und mit dem Rest hier werden wir uns in diesem kleinen Waldstück verstecken. Geil. Wir spielen wieder das Spiel Wie viele Elfen bekommt man zwischen drei Bäume? Die Antwort lautet natürlich ja. Wie man hier sehen kann. Entschuldigung. Das geht mal wieder mit dem alten Mörb durch. Go, 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 go. It will be done. Without fail. For all blood. Ja, da sieht dieses Tor auf. Ich frage mich ja immer, ob diese ganzen wir müssen boykottieren und CA stirbt Prediger mal was von selbsterfüllenden Prophezeiungen gehört haben. Wenn genug Leute auf solche Predigten anspringen, dann kann die auch wahr werden. Ich sag's mal so, Wauwen, die Leute, die das machen, sind aus in meinen, also ich kenne solche Leute nicht wirklich. Ich weiß nicht, wie die denken, aber ich interpretiere mal, dass das Leute sind, die entweder selber nicht raffen, was sie da machen, da hast du recht, oder es sind Leute, die eine Rechnung mit der entsprechenden Firma offen haben und sie unter sehr unmoralischer Prämisse noch näher an den Rand einer Krise führen wollen. So nach dem Motto, ihr müsst nur tun, was ich will, dann höre ich auf. Die hören nicht auf. Weil einmal Blut geleckt. Das große Problem ist halt, dass du als Demagoge, das sind Demagogen, letzten Endes, nur halt Wirtschaftsdemagogen, halt, es kann dir egal sein, ob diese Firma down geht, weil du hast ja deine Zuschauer und wenn das vorbei ist und du Erfolg gehabt hättest, dann hast du ja quasi deinen Win-Moment. Würde das tatsächlich klappen, würden die sich einfach auf die nächste Firma stürzen. Dann würden sie es mit der nächsten versuchen. Weil für sie selber war es ja ein Erfolg. Es ist ja nicht so, dass du dann selber großartig was verlierst. also jemand, der das macht, der hat ohnehin schon keine Liebe mehr zu der Spielereihe. Garantiert nicht. Ich kann euch das auch ziemlich genau sagen, warum. Die meisten hochspezialisierten Creator, die auf ein einziges Spiel spezialisiert sind, machen dieses Spiel, obwohl sie schimpfen, aus einem einzigen Grund weiter. weil sie kein anderes Publikum haben. Die Leute, die das gucken, die gucken sie deswegen, weil sie für dieses Spiel bekannt sind. Was sie allerdings an der Stelle vergessen, ist halt, dass halt wirklich diese selbsterfüllende Prophezeiung stattfinden könnte. Sie glauben aber glaube ich selber nicht dran. Wenn sie es aber trotzdem schaffen würden, was noch nie einer geschafft hat, dann würden sie wahrscheinlich versuchen, sich auf das nächste Spiel zu stürzen und das dort zu wiederholen. Aber ich prophezeie euch an der Stelle ohne Erfolg, weil ihnen dafür die Community fehlt. Es ist also im Grunde eine Lose-Lose-Situation mit Ankündigung, die trotzdem stattfindet. Also an der Stelle kann man wieder mal nur sagen, trotz besseren Wissens passiert das. Billy Butcher meint genau so ist es. Sie, GTA, RP oder Tarkov, das spielen 80% immer das gleiche. Das ist mit fast allen Spielen so. Gelernt habe ich das damals, als ich bei World of Tanks noch ganz, ganz stark am Start war. Ich war ja der Creator bei World of Tanks, der nicht nur World of Tanks gemacht hat, der schon immer breit aufgestellt war. Und ich habe damals schon gemerkt, dass es unvereinbare Communities gibt. Wenn du zum Beispiel so wie ich ganz viel Strategie gemacht hast, du hast natürlich schon Leute gehabt und die habe ich auch bis heute. Es gibt noch alte Hasen unter euch, die mich noch erlebt haben, als ich noch World of Tanks gemacht habe. Die mochten alles. Aber das sind so wenige. Du hast meistens sehr, sehr klare Interessen von Leuten, was sie für Spiele haben wollen. Und die Spiele können natürlich ähnlich sein. Dann hast du eine höhere Chance, aber selbst dann ist die Chance gering. Wann kommt wieder World of Tanks, mein Tiers? Nur wenn Dingens mich dafür bezahlt. Das ist eine ehrliche Aussage. Also, oder für einen guten Zweck. Für einen guten Zweck würde ich es auch noch machen. Also so Charity-mäßig, aber nicht. Ich habe zehn Jahre World of Tanks gespielt. Ich bin durch mit dem Spiel, Leute. Ich bin persönlich einfach durch mit dem Spiel. Okay, das wird jetzt hier härter als gedacht. jetzt können wir es aber durchkommen. mit dem Spiel. alte Artie-Spieler. Ich habe doch so gut wie mir Artie gespielt. Das ist jetzt voll die Verläufigung. Wo kommt das jetzt her? Einfach mal Muu fragen. Ja, bei Muu ist es ein eigenes Thema. So, jetzt können wir das auch noch ein letztes Mal an. Wir lösen bald das Giveaway für Total War. Wo haben wir eins auf, wer noch teilnehmen möchte, auszuzeichen Enter in dem Chat. Habt ihr gehört, Leute, wer noch teilnehmen möchte, wenn es noch nicht getan hat, auszuzeichen Enter in dem Chat. Ich habe noch Plänken und O, du hast recht. So, die Linie schon. Gebt mir meinen Lothan wieder. Das ist halt das Problem, das darf eigentlich auf gar keinen Fall passieren, dass ich Lothan verliere. Das war wirklich, wirklich schlecht. der Machen wir hier mehr Damage, mein Freund. Ne, also wie gesagt, es ist so, ich glaube, dass die Ales halt gerade eben durch eine harte Zeit geht. Das wird auch noch ein paar Wochen so weitergehen, vielleicht sogar ein paar Monate. Und an der Stelle sind wir dann einfach irgendwann mal an dem Punkt, wo ich dann sage, ich bin gespannt, welche Lehren sie daraus ziehen. Und ja, sie werden irgendwelche Lehren daraus ziehen. Aber wenn jemand diese Firma beendet, dann sind es nicht irgendwelche Creator, sondern dann wäre das maximal Sega. Sega sind die einzigen, die diese Firma beenden können. Aber warum sollten sie das tun? Es ergibt keinen Sinn. Und die allermeisten Leute, die die Produkte kaufen, haben von dem Stress nicht mal was mitgekriegt. Ich weiß das, weil ich in meiner Verwandtschaft und in meinem Freundeskreis Leute haben, die zu dieser Art von Casual-Spieler gehören. Mein Schwager zum Beispiel. Die haben keine Ahnung von all dem, was da läuft. Und das sind die, die die Masse ausmachen. Deswegen spielt das überhaupt keine große Rolle auf Dauer. understood for duty. Asio Mage, following Ethuel. Ethuel, bend my will. Oh, kacke. Serve the king. It will be done. Wir sind immer wieder beim guten alten, oh, kacke, kacke, kacke. Wir haben zu viele Ferrenkämpfer, ich sag's euch. machen wir mal ein Kettenblitz sein. Ja, ja, sie sind definitiv nicht auf dem guten Stand. Das ist richtig. Aber das heißt halt einfach, dass man einspart fürs Erste. Am Ende, wie gesagt, entscheidet Sega, ob's down geht oder nicht. Aber das werden die nicht in den nächsten drei, vier Wochen entscheiden, sondern das hängt von ganz vielen Faktoren ab, ob die CA beenden. Und CA zu beenden wäre halt auch tatsächlich, es wäre sehr kurzfristig gedacht. Also sehr, sehr kurzfristig. Das wäre eine sehr, sehr fragwürdige unternehmerische Entscheidung. Dankeschön, Tiers. Ja, ja, ich hatte vor einer Woche Geburtstag. Das ist wahr. Ich hatte auch montags meinen Geburtstags-Stream. Hat bloß irgendwie kaum einer so richtig Biss gekriegt. Da haben wir City Skylines gespielt. Irgendwie waren da relativ wenig Leute da. Weniger als gewöhnlich. Ich hab mich auch hart gewundert. Moving out. So, dann haben wir wieder weg. Was gearbeitet am Montag. Immer diese Ausreden, Tiers. Oh Gott, ich bin mir gerade eben nicht ganz sicher, ob wir das hier safe gewinnen können. Tireless. Annihilate them. Truth. Justice. Usher. Wim for war. Spellcaster. Nee, wir machen das nicht so. Ich weiß, jemand doch noch kein Rhein. So, sind hier noch acht Stück. Die fliehen. Die sollen auch fliehen. Schöner. Achso. Vorwärts. Die Schöne. Die Fahrt. Warte mal, ich will es abbrechen. Oh, scheiße. ich kann sie mir abbrechen kommt er kommt er wir pushen ist da oben drauf und hoffen dass es klappt die schlacht ist deutlich schlechter gelaufen als erhofft deutlich der rest muss uns hierher kommen so schnell wie es geht wir müssen die türme hier weg machen sonst wird es richtig schlecht für uns auch mit dauern okay die sind besiegt jetzt kann ich den kommandeur angreifen ordens As you say, quickly now, we're away. Defending order. Heir of Anerian. Agreed. Spearmen, defending order. Yes, for duty. Ready. Lakoi, Saraya. Seel. Macht den Kommandeur alle. Der muss weg. As you say, it will be done. Asar, advance. Spearmen. Leider haben wir keine Magie mehr. Okay, die Grenzläufe hier sind zerstört. Das ist okay für mich. Ich habe immer noch Truppen übrig. Oh je. Ich verstecke die mal in den Wäldern, damit die nicht totgeschossen werden. Damit wir kein Army lostkassieren oder sowas in der Art. Das wäre bitter. Der ist auch zerstört, sehr gut. Kaufen wir den nächsten jetzt hier. Sie haben noch jede Menge Truppen, aber zum Glück sehr weit weg. Ja, ja, Reutiger Rabe. Es gibt ein Maximalwert. Es gibt so Hardcap-Werte, bei denen du einfach nicht noch besser treffen kannst. Wie die genaue Formel funktioniert, weiß ich nicht. Ich weiß noch, damals bei Total War Arena war es glaube ich 95% oder so. Also es gibt Hardcaps, würde ich damit sagen. Aber wir haben es gleich. Oh oh. Oh oh. Das wird so knapp. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. nani skills das stimmt so nicht das stimmt nicht kann ja auch sagen warum weil so der algorithmus nicht funktioniert ich habe neulich eine youtube schulung bekommen nicht von ca sondern von jemand anderem und da habe ich mit also das waren vier mal wo ich quasi eine art fortbildung bekommen habe wie youtube funktioniert also entweder hat legend leider keine ahnung wie youtube funktioniert oder er hat nichts erzählt denn der algorithmus behandelt seinen kanal nicht aufgrund der videos die du gemacht hast im sinne von quasi du wirst dafür bestraft dass du bestimmte videos macht und dann werden alle anderen videos schlechter behandelt so funktioniert der algorithmus schon seit jahren nicht mehr das ist schon sehr sehr altes wissen das war mal so ist aber ewigkeiten her der algorithmus schaut sich jedes einzelne video an aufgrund deiner abonnenten und aufgrund von leuten die er weiß aufgrund von schlagworten die da stattfinden text spielen übrigens auch keine rolle mehr sondern einfach nur aufgrund von bestimmten schlagworten aufgrund von bestimmten anderen analysen die es sollte auch anhand des thumbnails vornimmt das was du in den titel schreibst was du alles rein schreibst du darfst die frage gerne noch mal aufbringen du darfst gleich die frage aufbringen ich will das nur ganz kurz erklären wie youtube funktioniert youtube also schlägt dann diese video leuten vor von denen es weiß die gucken normalerweise diese art von content an und wenn da der klick schlecht läuft dann läuft es für dieses video halt schlecht dann wird es keinen weiteren leuten vorgeschlagen also ab einem gewissen punkt erreicht so eine art schwelle und bei dieser schwelle schlägt es dann auch leuten vor die jetzt nicht unbedingt typisch für diesen bereich sind aber vielleicht sich doch noch dafür interessieren könnten und wenn es bei denen auch bombe läuft wieder so eine schwelle erreicht wird dann wird es noch mehr leuten also die sich immer weiter von der kern klientel dieser art von spiel oder diese art von video bewegen und so gerät sie zum beispiel auch in die in die trends weil du einfach ein thema bringt was wahnsinnig viele leute interessiert dann das ist dann wie so eine art tsunami also oder besser wie so eine art domino effekt der in alle richtungen geht also dass immer mehr domino steine umfallen immer mehr hürden genommen werden und deswegen funktionieren let's place auch nicht so gut weil davon auch die watch time natürlich abhängig ist das heißt also nicht nur die klick sondern auch die watch time bei mir zum beispiel ich mache hauptsächlich let's place let's place sind für nur sehr sehr wenige leute interessant die die hat let's place wollen die die halt das sitzfleisch haben und sich mit 30 minuten folge angucken das macht heutzutage auf youtube fast keiner mehr die jungen leute und auch mit jung meine ich also sagen alles was unter 40 ist haben das sich weitgehend nicht angewöhnt oder teilweise abgewöhnt und gucken dann halt eher so kurze videos deswegen gibt es ja auch die shorts der trend geht leider zum kurzen video kurz und knackig wo du ab einem gewissen punkt einfach keine informationen mehr reinpacken kannst es ist mehr die illusion von informationen und das heißt letzten endes einfach nur dass die aussage nicht stimmt weil du nämlich einfach sobald und anderes video wieder machst wird dieses video wieder komplett für sich selber bewertet das einzige was stimmt in der aussage ist dass er wahrscheinlich verlust damit gemacht hätte weil die zeit die er damit aufgebracht hätte wäre letzten endes verschwendet geworden weil er schon wusste dass es wahrscheinlich ihm nichts gebracht hat aber die aussage sie hätten ihm 10.000 euro oder 10.000 pfund oder 10.000 dollar gezahlt die hätte er in der tasche gehabt jetzt muss man aber auch dazu wissen dass jemand wie legend mit seinen aufrufzahlen wahrscheinlich locker flockig genau diese summe im monat verdient nur mit youtube ohne es einfach nur so die schätzung also wenn man der der macht ja hunderttausende von aufrufen weiß ich auch wie das funktioniert also ich kann abschätzen was jemand ungefähr verdient auf youtube nur auf youtube wohlgemacht aufgrund der aufrufzahlen wobei es auch wiederum einen unterschied gibt ob du englischsprachig oder deutsch bist deutsche zuschauer sind tatsächlich mehr wert als der englischsprachige weil wir zahlungskräftiger im durchschnitt sind das ist auch sehr sehr wichtig also der deutsche deswegen gibt es im deutschsprachigen raum auch viele mittelständische youtuber wie mich die davon einigermaßen leben können also man wird nicht reich damit aber man kann damit leben im englischsprachigen könnte jemand mit meiner größe nicht überleben weil er zu wenig werbegeld bekommen würde das sei mal nur so als kleine expo exkursion an der stelle hallöchen expo dankeschön für deinen wieser beim siebten lange rede kurzer sinn er hat also entweder nicht gewusst wie youtube funktioniert oder hat absichtlich was falsches gesagt habe ich erst gerade eben gelernt ich habe auch gedacht dass das so wäre youtube hat vehement gesagt nee das ist nichts mehr so schon lange nicht mehr tja im zweifelsfall hat er 10.000 pfund dollar was auch immer nicht angenommen aber seinem kanal wäre nichts passiert tatsächlich hätte er sein können natürlich an dem punkt dass er die abos bekommen hätte aber das liegt eher daran dass er natürlich eine community des bashings aufgebaut hat und selber halt auch kultiviert und das ist ja nichts was er seit kurzem er sagt das hat er seit ewigkeiten dass er halt diese leute seine kernklientel verloren hätte 10.000 yen sind glaube ich nicht viel klausig oder grüße ich übrigens sind immer ein weit ich schaue mir auch fünf stunden verb mit anderthalbfacher geschwindigkeit an das ist super dieses anderthalbfache geschwindigkeit finde ich immer noch so ich muss mir das echt mal geben ohne witz ich glaube ich muss mir selber echt mal geben wie das ist aber wenn ich youtube gucke da bin ich weiß ich will einfach entspannen da will ich nicht auch noch gestresst werden friedrich meint ich kenne aber eigentliche ds streamer die weniger views haben und meist davon leben glaubt wegen der menge an giften ja ja klar streamer sowieso was anderes wenn du wenn du halt einfach ein arsch voll gifte zaps bekommst oder vor allem auch auch geld spenden also was bei mir in der community nicht so viel vorkommt aber ich glaube das auch etwas was im deutschen nicht so oft vorkommt sind direkte trinkgeld spenden zum beispiel an einem geburtstag gab es drei stück noch mal vielen lieben dank dafür an euch dies gemacht haben früher am anfang wo ich kleiner war gab es die auch häufiger tatsächlich hat sich das gewandelt aber im englischsprachigen raum sind diese gift sind diese gifts also diese geld spenden sehr sehr häufig und ich ja genau der will da ist er der gut einer von den pappenheimern genau ja das war aber vor ein paar jahren halt einfach so ne vor fünf jahren waren geld spenden tatsächlich bei mir eher noch erworgen inzwischen sind eher die gifte zaps und die werbeeinnahmen die mich quasi sozusagen weiterleben lassen mit dem job aber im englischsprachigen raum kann es natürlich auch als kleinerer wenn du regelmäßig ein paar hundert dollar von verschiedensten leuten bekommst und das gibt es solche leute na der will die das machen wenn die halt einfach der meinung sind ey den will ich supporten und du hast selber die kohle und das tut dir überhaupt nicht weh dann machen das halt manche leute genau genau und jetzt noch mal auf die frage von kartoffel kannst du noch mal ganz ganz kurz eine frage stellen eine etwas persönliche off topic frage was ist dein schönster urlaub den du je hattest der von diesem jahr kein witz der dieses jahr wo ich dieses jahr auf teneriffa war ich habe in meinem leben nicht viel urlaub gemacht weil ich nie besonders viel geld hatte und b weil ich auch lange zeit sehr krank war es mich nicht mal getraut hätte also wenn man rein von urlaub redet dann war das definitiv dieses jahr mein teneriffa urlaub weil ich zum ersten mal wohin gekommen bin wo es komplett anders war da war auch immer der biologe getriggert das hat mich total begeistert vulkanlandschaften und ich habe zum ersten mal in meinem leben so was wie urlaubs feeling erlebt nicht dass am strand liegen sondern es war für mich dieses absurde ich sehe palmen und sitze jetzt hier beim sonnenuntergang an einem in einer bar trinkt mein bierchen und schau mir mit charlie chaplin parodieren der waren charlie chaplin parodist und der war so gut und das war für mich in dem moment so jetzt weiß ich wie urlaub sich anfühlt das war dieses jahr im juni davor habe ich nicht viele urlaube gab ich hatte 2019 hatten wir halt unseren ersten familienurlaub also meine frau und ich haben wirklich auch nicht viel urlaub jemals gemacht das war griechenland das war auch okay aber da hatte ich nicht dieses feeling warum weiß ich ehrlich gesagt nicht könnte daran liegen dass meine kinder damals noch kleiner waren und man einfach zu sehr im stress war mit den kleinen kindern und aufpassen musste aber naja reicht in der klingelbeutel rum für den urlaub was reicht im klingelbeutel rum urlaub für murp again danke frau aber ja also das war für mich ja dieses jahr das erste mal urlaub wo ich gesagt habe das fühlte sich nur bisher ist ja kein langsamer redner auf 1,5 so viel verstellen weil sie kaum zu verstehen ja ich rede ich rede für einen mann relativ schnell ist da würde ich zustimmen deswegen finde ich das so interessant dass manche leute das hinkriegen mich da anzugucken wir brauchen wieder infanterie ach wie schön lothon ist wieder auf level 1 tja hallöchen inglorious bastard grüß dich salostius meint man gewöhnt sich dran das ist wahr dass ich glaube das ist auch eine gewöhnungssache wie ich mich zum beispiel auch daran gewöhnt hatte dann irgendwann mal englisch sachen anzuschauen am anfang war das für mich absolut unmöglich aber wenn du dich ein bisserl damit auseinandersetzt verstehst du auch schnell gesprochenes englisch und ich glaube in deutschland ist es genauso also wenn du dich einfach selber daran gewöhnt funktioniert das wahrscheinlich wenn das meint mir ist das tempo einfach zu unentspannt da bin ich voll bei der ventriss also ich würde das glaube ich auch nicht machen aber es kommt halt darauf an also sie ist es kein urteil und das ist einfach nur wenn du es kannst großartig dann macht es wäre nicht für mich nicht weil ich in dem moment halb versuche ihr zu entspannen und mich unterhalten zu lassen und wenn dann sowas ganz schnell rattern würde würde es mich persönlich nicht entspannen wie gewöhnt man sich ans englisch schauen mein muck naja du brauchst erst mal ein gewisses grundenglisch kenntnis also du musst schon mal grundlegend die chance haben gewisse dinge zu verstehen und dann hast du die situation also ich habe das zum beispiel so gemacht ich habe das mit serien gemacht und mit filmen die ich schon wusste wie sie was auf deutsch passiert da wusste ich schon quasi bei mir war scrubs das war vor 15 16 17 jahren nicht sogar schon länger das ist vor 18 jahren gewesen scrubs ich habe damals scrubs rauf und runter gesucht das war das hat mir wahnsinnig gut getan das war die phase wo es mir gesundheitlich schlecht ging hat mir sehr geholfen und ich habe ich habe ich habe ohne witz die gesamte serie sieben mal vollständig angeguckt von folge 1 bis x und dann kam ich irgendwann auf die idee alle sagen immer ja man muss es auch auf englisch gesehen haben gucke ich auf englisch und dann habe ich die gesamte serie noch mal drei mal komplett auf englisch angeguckt und für mich waren das wahnsinnig viele aha momente weil ich dadurch weil ich ja schon wusste durch das häufige angucken was die leute hallo folie ach nee war mir abgedörbt wo kommt das jetzt wiederum her egal weil ich ja wusste was die charaktere in der serie sagen habe ich dann halt gelernt was das auf englisch heißt und manchmal saß ich dann halt auch daneben und habe kurz mal so ein bisschen gegoogelt so nachdem oder so ist das sprichwörtlich oder ist das quasi also wie ist die übersetzung zu verstehen und dadurch habe ich ganz ganz viel englisch gelernt also auch englisch verstehen gelernt das heißt nicht dass du sprechen kannst das kommt dann danach wenn du es einzusetzen aber dadurch habe ich gelernt wie amerikaner reden sind ja hauptsächlich amerikaner also mit britisch englisch brauchst du mir nicht zu kommen aber das amerikaner englisch habe ich dadurch verdammt gut gelernt dass das war für mich dadurch sehr 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 gut lernen war nee nicht unbedingt mit und du kannst auch mit untertiteln machen ich habe das ohne untertitel gemacht dann ab dem punkt weil ich ja ohnehin schon wusste was sie sagen du kannst es natürlich auch mit untertiteln machen also englisch mit deutschen untertiteln aber so habe ich es nicht gemacht das kann ich dir versichern das war nicht mein way to go very well das gehen wir wieder in den hinterhalt gut holen uns die grauen sind mir zu teuer so mal ehrlich ist egal was ich gerade forscheln nichts davon brauche ich wieder niemanden kennengelernt ok ok macht das am besten mit einer serie von der ihr wisst oder von filmen die ihr absolut feiert die ist nein zum beispiel bei attack oder star trek next generation bei ventris ganz genau und inzwischen ist es bei mir so dass ich in der regel aus es gibt fachenglisch fach also es heißt ja nicht dass ich jedes englisch verstehe bei es gibt dokumentationen zum beispiel insbesondere auf netflix die ich mir trotzdem nicht auf englisch angucke weil ich relativ schnell mag ach du scheiße da so viel fachenglisch am start da habe ich einfach keinen bock zu aber bei normalen serien bei normalen filmen geht das in der regel dass man das sich dann gibt vor allem wenn ohnehin schon weiß was die auf deutsch sagen und wenn du es bloß erahnen kannst nee wurde ich nicht mug wurde ich nicht werden wurden leute gekickt ich nichts wissen ich gebe zu dass ich mich nur dafür interessiert habe weil ich absichtlich in letzter zeit mich da weil ich die situation sehr sehr deprimierend fand jetzt nicht aktiv nachgeforscht habe aber wer ist denn da gekickt worden dankeschön übrigens young chef für stufe 3 19 monaten dankeschön ja legend wurde mal gekickt aber der hat auch darum gebettelt er hat auch mit seinem verhalten darum gebettelt ohne witz wer halt quasi wirklich leute name call als mitarbeiter was sogar strafrechtlich relevant ist nicht nur in deutschland und dann quasi sagt der und er hat das und das gemacht und dann seine community auf diese leute hätten der bettelt darum dass man ihn kriegt das habe gemacht mehrfach aber ist denn aktuell gerade irgendwie gekickt worden so der witz in der ganzen sache ist er ist ja dann wieder reingekommen in die ins community programm und ist dann irgendwann mal weil es nicht so gelaufen ist wie er sich das vorgestellt hat einfach doch wieder gegangen er wurde wieder gekickt worden der ist schon lange nicht mehr im programm in glories bastard ich weiß dass legend vor vor einem jahr der es kurz nach dem nach dem release von walmart 3 ist gegangen ich weiß noch wie es damals eine meldung gab eine pressemeldung dass er gegangen ist einvernehmlich beide seiten einvernehmlich dann müsste er wieder jetzt gerade eben drin gewesen sein aber die das letzte mal war aus der wurde wieder aufgenommen nachdem er selber raus wollte ist also wieder rein man kann ihm auf jeden fall nicht unterstellen er hätte konsistenz außer im nicht konsistenz sein was das angeht also entweder weiß er nicht was er will wo das ist taktik ich habe mitbekommen dass da irgendwas mit bands läuft ich weiß aber nicht warum leute gebannt werden und ich weiß auch nicht welche leute ich habe das durch gutes mitbekommen durch sein doch seine videos die diese woche gekommen sind dass da wohl sie irgendwas mit dem bannhammer macht so ich weiß aber nicht wer und ich weiß auch nicht warum ich habe nur mitbekommen das aber ich weiß nicht warum bei mir war nichts dergleichen also ich habe ganz normales verhältnis zu denen nach wie vor das heißt kein freundschaftlich ist aber auch kein feindschaft ist also es ist einfach nur ein professionelles berufliches verhältnis was ich mit denen habe sie haben ihn zu den chaos sagen zurück schlecht da ist die art von ihnen ich glaube ich sollte etwas dagegen tun so spielte gerade eben er ist ja auch eine fraktion ich bin aber sogar immer noch behaupten die coolste fraktion die sie gemacht haben okay thürion kümmere dich mal da unten rum die bands spielten sie wohl im steam forum ab naja du darfst eine sache nicht vergessen es ist tatsächlich so dass je nachdem also ob wenn du ein vergehen begehst kann die firma und das ist ja auch teil der end das ist ja auch teil nicht nur einer nda sondern das ist tatsächlich die das die endnutzer agreement sache die ihr jedes mal wenn ein spiel installiert unterschreiben wo nie jemand jemals irgendwas liest was da drin steht steht auch drin dass du jederzeit von allen produkten einer firma und jetzt weiß ich natürlich nicht was da angeblich passiert sein soll ich sag bloß rein juristisch können die das machen und zwar jede firma jetzt weiß ich halt nicht was sie dazu bewegt hat das jetzt hier in diesem falle zu machen aber es hat sie wohl irgendetwas dazu bewegt das zu machen aber so weiß ich natürlich jetzt auch nichts näheres naja sie haben sich entschuldigt bzw es hieß es ja eine pseudo entschuldigung ich habe die entschuldigen uns aber auch nicht gelesen also wie gesagt ich weiß auch nicht genau was da passiert ist ich sag es auch mal so im zweifelsfall nehme ich mir das recht raus zu sagen das geht mich auch nicht unbedingt immer was an was da manche leute zum clinch haben ist ja weil ich kann dazu sowieso nichts sinnvolles beitragen außerdem zu sagen ist dass ich beteilige mich an sowas nicht ist nicht mein stil so da machen wir jetzt guck mal den hier mal fertig den kenne ich gar nicht bald haben ich weiß nicht wo wer wohnt ich weiß nicht name sagt mir gerade gar nichts genau so nicht meine aufgabe richtig meine aufgabe ist es euch zu unterhalten zumindest sehe ich das nicht wir sollten nicht rein so ihr greift da ist noch mit an sehr gut die auch wenn es nicht das beste gefühl ist was ich hier habe ich habe ein gutes gefühl aber weitergabe von internas ja das ist aber schon lange das habe ich euch gegenüber ja sogar schon mal kommuniziert in der vergangenheit dass man das nicht darf ja aber jede gescheite firma ist weitergeben von internas man wäre dumm das nichts zu tun richtig also ich würde mal sogar fast behaupten also in deutschland kommst du dafür vielleicht sogar in den knast je nachdem was du für internas weitergibst hallo ich in san quinius danke dir der punkt ist bloß der ich glaube diese leute haben einfach glück dass die a oder sega einfach keinen bock auf die rechtsstreits haben aber eigentlich ist das eine straftat je nach land eine straftat also bann für sowas zu bekommen ist noch milde wenn das wirklich stimmt es ist völlig egal ob wir das moralisch richtig finden es ist einfach ein fakt dass es in deutschland die straftat wäre meines wissens nach weil du halt damit halt auch wirklich die firma schädigen kannst je nachdem und arbeitsplätze gefährdest und so weiter und so fort und es halt dann immer noch auch nicht safe ist ob das halt auch wirklich stimmt also im zweifelsfall können die sich auf geschäftsschädigendes verhalten berufen was auch kritisch ist machen wir uns das einfach mal klar wir reden hier nicht davon von leuten die gemeinsam skat spielen und sich darüber ärgern dass der andere was böses über ihn gesagt hat wir reden davon dass es wirklich um geld geht um viel geld das sind firmen die verdienen damit ihr geld und dafür gibt es gesetze da kannst du nicht her gehen und einfach einen auf zickig machen wenn du mit denen zusammen arbeiten willst dann bist du einfach der falsche welow welow meint ich habe mal bei relic du bist normalerweise super freundlich angeschrieben und wird dir gesagt bitte nimm das sofort wieder runter und dann passiert dir auch nichts weiter wenn du das tust ich habe sogar mal von einem fall mitbekommen wo jemand gesagt hat er kann das gerade eben nicht runternehmen er ist gerade eben nicht zu hause dann war das immer noch in ordnung als er das abends gemacht hat wenn du aber sagst nö das bleibt jetzt oben dann hast du ein problem weil dann ist es absicht und da hat dann die firma einfach auch rechtlich einfach den längeren hebel weil es ihr recht ist weil letzten endes da dürfen wir eine sache nicht vergessen was ich hier gerade eben mache ist eine reine duldung von sega und ca weil letzten endes können sie entscheiden es ist immer noch so die rechtslage hat sich nicht geändert wer ihr spiel zeigen darf und wer nicht es wird einfach nur breit akzeptiert aber jede firma kann sagen ne du hast hausverbot und das können die auch auf steam machen die können sagen du bist auf lebenslangen raus oder für eine bestimmte zeit laut der interna wollten die entwickler ist für mich ein gerücht ist für mich ein gerücht keine ahnung vor allem ist es so ein bisschen überspitzung weil sagen wir du bist eine putzkraft und möchtest die toilette nicht putzen ja es ist trotzdem dein job richtig also ich weiß ich habe schon mit entwicklern geredet aus anderen firmen nicht von ca aber ich hatte zum glück schon die gelegenheit dass ich mit entwicklern über das eine oder andere mal über ihre arbeit reden konnte ja den macht es genauso manchmal weniger spaß wie euch euer job und auch ich habe schlechte tage wenn ich feststelle ja das spiel das kommt leider nicht gut bei euch an oder so ein scheiß und manchmal musst du es halt machen obwohl du es nicht willst deswegen sage ich ja die spielen nicht gemeinsam irgendwie ein skatspiel oder mensch auch richtig nicht sondern es ist halt ein job und wenn halt ein mitarbeiter halt mitteilt einem so ja ich habe eigentlich gar keinen bock an dem spiel zu arbeiten muss aber hallo das ist normale arbeitswelt aber in einer bestimmten phase wo sowieso alles drunter und drüber geht kann das natürlich und vor allem wird es auch unter umständen falsch aufgenommen manchmal sogar mit absicht und dann halt in der social media wie die saures dorf getrieben genau du hast einen vertrag und der vertrag muss erfüllt werden ganz genau das kennt glaube ich jeder von euch der ein arbeitnehmer ist das ist völlig normaler vorgang und das heißt ja auch noch nicht mal dass es für alle gilt also ich meine ist halt so Philly meint ich liege ja auch demnächst dass mein arbeitgeber mich zwingt montags tatsächlich zur arbeit zu gehen wenn ich bezahlt werden möchte genau Philly richtig was für ein unmensch jemanden montags zur arbeit zu zwingen oh god oh god aber ich finde das macht einfach mal wieder deutlich auf welchem niveau die diskussion halt teilweise einfach stattfindet hier ne also die leute haben leider immer noch nicht verstanden in der breiten masse dass die gaming branche einfach eine branche ist es ist einfach eine branche wie die automobil branche nur dass die gaming branche halt spiele produziert und hat keine autos oder maschinen aber aus irgendeinem grund denken viele leute immer dass dadurch dass keine echte branche wäre dabei werden da auch milliarden umgesetzt ich meine ich kann verstehen dass man das gerne ausblenden möchte weil wenn man spielt will man ja normalerweise mit diesem thema mit so einem ernsten thema nicht unbedingt sich so sehr auseinandersetzen das wissen wir alle ja auch geht mir ja auch so aber wie ihr seht kommen wir leider nicht immer drum rum weil es einen dann irgendwann doch interessiert den einen früher oder den anderen später und dann muss man sich halt einfach darüber im Klaren sein dass das hat auch einfach nur Firmen sind und keine Vereine also ich habe auch Kritik geübt und ich sage immer wieder es kommt auf die Art der Kritik an konstruktive Kritik haben die garantiert kein Problem mit garantiert nicht aber wenn du halt sagst das ist scheiße und das finde ich voll doof und wenn die das machen dann höre ich auch das ist keine konstruktive Kritik und es ist auch keine konstruktive Kritik irgendwas zu leaken es ist auch keine konstruktive Kritik auf irgendjemand zu zeigen und sagen boah der hat das und das gepostet tatsächlich bin ich sogar der Ansicht dass das was Book of Grouches macht er darf das gibt es kein Gesetz dagegen was ihm das verhindern kann weil das alles öffentlich stattfindet aber es ist nicht ungefährlich was er tut für ihn weil je nachdem kann es halt sein in einer solchen Phase wo viele Leute am durchdrehen sind dass das eventuell jemand in den falschen Hals kriegt wäre nicht das erste Mal kommt in der Gaming Branche auch vor in all den Jahren habe ich erlebt dass in den verschiedensten Firmen ähm da fällt mir jetzt gerade eben zum Beispiel wieder Wargaming ein also das war gar nicht bei Wargaming sondern das war die Konkurrenzveranstaltung das war ähm nicht World of Tanks sondern wie heißt das andere? War Thunder War Thunder bei War Thunder habe ich damals als ich noch aktiv war mitbekommen dass tatsächlich ein Community Fuzzi also ein Community Manager damals über die Stränge geschlagen hat und Leute angefangen hat zu bannen ohne Grundlage und das ist denen dann halt auch ganz ganz krass auf die Füße gefallen aber da war halt auch die Kacke am Dampfen man darf halt an der Stelle einfach nicht vergessen auch wenn man immer nur diese Firma sieht da arbeiten Menschen und Menschen machen Fehler und unter Druck erst recht deswegen halte ich nicht viel davon da so populistisch drauf zu hauen weil auch wenn es gerne immer wieder mal von manchen Populisten und Demagogen behauptet wird wollen die sicherlich nicht die eigene Firma zerstören und die hassen auch garantiert nicht ihre Fans das wäre nämlich eine sehr sehr interessante psychologische Ausgangslage wenn du die Leute hast von denen du lebst das wäre schon pathologisch und das das bezweifle ich sehr sehr stark aber um etwas Erfreuliches reinzubringen wir würden jetzt das Skiverway auflösen yo wir lösen das Skiverway auf wie gesagt ich betone nochmal ich habe nicht mitbekommen wer warum wann wo gebannt worden ist und es geht mich auch nichts an es interessiert mich auch wirklich gar nicht es ist mir scheiß egal weil es mein Leben nicht besser macht weder das Wissen weder das Wissen noch das Unwissen und ich kann es auch nicht ändern es hilft mir nicht zu keiner Sekunde in meinem Leben weder jetzt noch in der Vergangenheit noch in der Zukunft man kann sich darüber empören aber was hilft dir das weil ich mir immer wieder sage ich kenne die Details nicht ich weiß nicht ob diese Person im Vorfeld nicht schon woanders negativ aufgefallen war vielleicht schon länger unter Beobachtung stand ich banne auch Leute manchmal das kommt vor manchmal weil jemand hier neu ist und Scheiß erzählt und wir hatten auch schon Fälle wo ich alte Hasen bannen musste die plötzlich sich sehr sehr seltsam verhalten haben und man hat versucht mit ihnen vernünftig zu reden und es hat einfach nicht geklappt und dann band man halt auch das ist ein Vorgang der manchmal mehr nachvollziehbar ist manchmal weniger aber er kommt vor und ich persönlich gehe davon aus dass sich das früher oder später schon aufklären wird ob das jetzt gerechtfertigt war ist nicht in meiner Hand das zu entscheiden im Zweifelsfall kannst du immer noch wenn du bei sowas gebannt wirst zum Beispiel gerade weil der monetär was weggenommen wird also wenn wir zum Beispiel wenn du so wenn du von Steam gebannt wirst kannst du theoretisch einen Anwalt nehmen weil dann ist der wirklich ein Sachschaden entstanden das ist dann sozusagen der Weg aber das geht dann halt diese Leute was an das geht dann halt die Gerichte was an das geht halt weil dann diese Firma und die gebannte Person was an und dann wird halt geprüft wenn aber mich geht das nichts an Dankeschön Rain Devil für den Primes am 40. Guten Tag weil deine Mutter hat deinen Vater geliebt wenn du wüsstest guten Tag wie schwierig diese Aussage von dir ist ihr kennt meine Familie nicht ich habe nur früher schon mal gesagt meine Mutter ist ein spezieller Fall ist ja auch heute noch schwierige Aussage mein Lieber schwierig ohne dass du es wissen kannst naja wenn jetzt ein neuer Zuschauer über deinen Link sich das Spiel gönnt und sich dann über deinen Game beschwert hätte wäre er gebannt worden weil Leute Endtimes geschrieben haben ja aber entsteht ja dann trotzdem kein durch den Bann entsteht trotzdem kein Sachschaden also es ist trotzdem eine schwierige Ausgangslage das zu vergleichen ich meine wie gesagt Nanny Skills es ist es an der Stelle kann ich den Leuten halt einfach nur empfehlen dass sie sich dann halt im Zweifelsfall Rechtsbeistand holen und das prüfen lassen aber zum Beispiel wenn es sich um Creator handelt Creator haben ganz ganz häufig über Jahre die Spiele und DLCs geschenkt bekommen ist auch bei mir der Fall also zum Beispiel Warmer 3 ich habe von Warmer 3 und auch von Warmer 2 bei Warmer 2 habe ich ein Teil selber gekauft Warmer 2 habe ich selber auch noch gekauft aber ab einem gewissen Punkt habe ich alle DLCs von CA gestellt bekommen noch Warmer 3 auch ich habe da tatsächlich wenig Anspruch drauf weil es mir quasi geschenkt wurde als Creator warum macht man das? ja damit ich euch zeigen kann so läuft der Hase in der Gaming-Branche Überraschung aber äh, äh, wenn ich das nächste CA hat sie auf Steam gebannt äh, das kann sie eh nicht das ist absurd Bist du sicher? Ich bin mir nicht sicher ob sie das können also, du kannst sie aus dem Forum vielleicht rausbauen aber du kannst, CA ist ja eine externe Firma die gehören ja nicht zu Steam ne ne, sie können, sie können sie können sie können es beantragen, aber nicht selber wie gesagt, an dem Punkt, wenn sie es beantragen also wie gesagt, dafür kenne ich jetzt halt auch die Steam-Regeln nicht ich weiß jetzt nicht, ob die das selber können aber ich bin mir sicher, dass sie es irgendwie können aber im Zweifelsfall, hat Hans recht kann man vielleicht auch über Steam gehen eben also, wenn du auf Steam gebannt wirst dann musst du an Steam wenden also, wenn CA das machen möchte ich auf Steam, dann ist das glaube ich auch ein riesen Aufwand für dich weil sie müssen dich ja auch melden dann richtig, und das ist auch gar nicht so ein einfacher Prozess weil, das ist ja schließlich was juristisches das heißt also, dass entweder Steam da eine gewaltige juristische Lücke hätte oder, dass Steam die Leute, also das wäre dann quasi, sie würden die Leute, die die Firmen einfach machen lassen was ich mir jetzt ehrlich gesagt nur schwer vorstellen kann ich halte es nicht für möglich, ich sag bloß ich kann es mir schwer vorstellen oder aber es wurden genügend Beweise vorgelegt oder Indizien dass Steam gesagt hat, ja könnt ihr machen es kommt halt immer drauf an, was steht im Kleingedruckten was steht in der Endbenutzer-Eula aber, wie gesagt, ich bin halt auch kein Fachmann dafür das letzte Mal, dass ich einen Dura-Schein gemacht habe, war im Jahr 2003 das ist 20 Jahre her also, ich bin da definitiv nicht das Maß aller Dinge und ich finde es einfach müßig sich darüber mit aufzuregen, wenn man nicht alle Fakten kennt und ich habe einfach genügend Gründe mich aufzuregen ich habe nach wie vor ein kaputtes Dach, Leute und da habe ich den nächsten Rechtsstreit weil es nicht geklappt hat bzw. noch habe ich ihn nicht, wenn sich die Firma jetzt nicht meldet bis diese Woche dann habe ich einen Rechtsstreit noch habe ich ihn keinen aber versteht ihr also das sind so für mich Gründe mich aufzuregen dass ich ein Dach habe, in dem Wasser reinkommt ähm alles andere ist so ein bisschen überbordende Emotionen in meinen Augen Quintov meint, dass der Mod-Zugang gesperrt ist hat auch einen Grund, damit die ihren Hate net in der Mod verbauen bzw. ihre Mod-Botschaften und dann dadurch weiter provozieren Machen die das tatsächlich Quintov? Machen die das tatsächlich Quintolov? Machen die das tatsächlich Quintolov? Das wäre natürlich krass, weil das wäre natürlich mindestens kindisch Paar haben es gemacht Ab einem gewissen Punkt kann ich Banz nachvollziehen, Leute Ab einem gewissen Punkt kann ich Wisst ihr, es ist einfach so Ab einem gewissen Punkt musst du auch einfach sagen das machst du ja mit Kindern ja auch wenn du feststellst, dass deine Kinder völlig über die Stränge schlagen am Anfang versuchst du noch freundlich zu sagen ey jetzt beruhigt euch mal irgendwann mal sagst du quasi ey jetzt ist es gut dann kommst du irgendwann mal an den Punkt dass du deine Stimme erhebst und sagst hey ich hab gesagt es ist gut und wenn es dann immer noch nicht aufhört und die Kinder immer noch aufeinander keilen dann fängst du halt auch mal an zu schreien und sagen, ey jetzt hört Felix nochmal auf und wenn das immer noch nicht reicht dann schnappst du sie und packst sie in ihr einzeles Zimmer das ist im Grunde das Ähnliche wie ein Kick oder ein Bann versteht ihr, das sind so diese Eskalationsstufen und der Punkt ist aber einfach der bis zu dem Moment wo der Nachbars Papa oder Mama schreit habt ihr häufig nicht immer mitbekommen was ist davor gelaufen wir wissen es einfach nicht ist der Schrei gerechtfertigt oder nicht und genauso ist es auch wenn etwas verbreitet wird über solche Banns wir wissen häufig die Details nicht und derjenige der gebannt wurde und vielleicht nicht unschuldig daran ist wird bestimmt den Teufel tun und alles auf den Tisch legen was er gemacht hat ich sag nicht dass es keine unschuldig gebannten gibt ich weiß es nur nicht ich weiß es einfach nicht und ich sehe mich auch nicht dazu imstande es herauszufinden weil dafür müsste ich Mitarbeiter dort sein bin ich aber nicht Nimondo meint die wollen Mods auch für Konsolenspieler zugänglich machen das geht über Steam Workshop nicht das ist aber wiederum City Skylines Nimondo aber das sehe ich ein am Anfang habe ich also um das Thema ganz ganz kurz mal anzusprechen was Nimondo gerade eben genommen hat am Anfang habe ich mir auch gedacht was soll das warum gibt es kein Steam Workshop Support aber dann natürlich dann als ich gehört habe da geht es um Paradox nicht um CA möglicherweise macht es CA auch wäre ja irgendwo logisch dass man halt einfach sagt quasi wenn man will bei bestimmten Spielen wobei CA hat glaube ich gar keine Konsolenspiele aber egal mal angenommen du willst halt quasi auch sagen du willst Mods die am PC erstellt werden auch für Konsolenspieler zugänglich machen dann macht es natürlich Sinn zu sagen weil das glaube ich eine andere Schnittstelle ist die da benutzt wird Aliens stimmt Alien Alien Isolation letzten Endes also wie gesagt macht das Sinn dass man sagt quasi man will das plattformübergreifend machen und ich weiß nicht mal ob also ich glaube Epic bietet glaube ich immer noch keine keine Dingens an immer noch keine Mods aber wenn die das machen würden würde ich sogar auch die Frage stellen müssen ob man da nicht auch einen eigenen Launcher so wie Paradox zum Beispiel hat und auch CA hat ja auch einen eigenen Total War Launcher die Mods nicht in Zukunft nicht mehr über den Steam Workshop laufen lässt auch wenn das natürlich eine harte Ungewöhnung für die PC Spieler ist aber das ist ein eigenes Thema das ist ein komplett eigenes Thema Leute es geht daran dass sie es gemacht haben und dass sie es und das ist eben Quatsch wo sie die Mods spielen können ist ja egal aber sie haben keinen Zugriff mehr und haben übrigens Steam Workshop ist Fakt CA sagte zu den Bands dass es einem nicht gerecht war und jetzt der Chef persönlich schreibt also der Boss der Community Manager ja das kann ja sein aber dann müssen die halt intern mit dem Mitarbeiter verfahren das ist eine interne Sache natürlich ist es scheiße wenn das nicht gerechtfertigt war Nani Skills das ist dann absolut nicht gerechtfertigt aber dann macht es keinen Sinn dass die Community sich quasi auf die ganze Firma stürzt das macht auch keinen Sinn dass man sich dann letztendlich auf die Linke dann muss das einfach rückgängig gemacht werden dann würde ich erwarten wenn das nicht gerechtfertigt war dann wird das rückabgewickelt und dann wird es wahrscheinlich disziplinarische Maßnahmen geben aber was hier gerade eben passiert Nani Skills ist dass wir im Grunde eine dass eine Sau durchs Dorf getrieben wird und zwar eine nach der anderen auf größtem Kindergartenniveau der hat mich gehauen der hat mich nicht gehauen verstehste das ist das Niveau und daran beteilige ich mich nicht Punkt um nicht zu sagen Ausrufezeichen haben wir eigentlich den äh Dingens schon aufgelöst Hans Hans hört mich gerade eben nicht mehr Hans wo bist du? Ich glaube Hans ist gerade eben nicht da Haben wir? Ja sehr gut dann Arkadol weiß Bescheid wenn CA schlau wäre einfach leise sein EA Sports sagt auch nie was besser ist S ich habe den Satz semantisch nicht verstanden Anis Kids mit dem Niveau wurde Donald Trump Präsident mein Philly Autsch aber Punkt für dich und möglicherweise wird es ja auch nochmal kann man nicht mal ausschließen wenn achso ja ja wenn EA Sports Müll baut schweigen sie immer ja und tatsächlich hat es bis jetzt ja CA auch immer so gemacht nur jetzt nur jetzt wo gerade eben diese ganzen Kündigungen diese Kündigungen über die Firma gespielt also das möchte ich auch nochmal ganz ganz kurz ausholen es wurde sich darüber beschwert dass CA immer nichts sagt monatelang ich persönlich finde das natürlich auch ungünstig vor allem wenn es um ein Spiel geht wo man sie fragt wann kommen die Patches aber das ist jetzt ja quasi wieder du kannst machen was du willst du wirst kritisiert du hast jetzt gerade eben das Beispiel gebracht EA hat das auch immer gemacht und das hat für sie super funktioniert ja das hat für CA auch lange Zeit gut funktioniert bis zu dem Moment wo sie diese Kündigungswelle jetzt erleben mussten und das sorgt wiederum dafür dass das passiert was ich vorhin gesagt habe dass du dann plötzlich Leute hast die Arbeiten von anderen übernehmen müssen die nicht mehr da sind oder nicht mehr volle Power arbeiten weil sie wissen dass sie sowieso bald gehen müssen und dadurch viel liegen bleibt und diese Leute teilweise gar nicht wissen wie man diesen Job richtig macht überarbeitet sind gestresst sind vielleicht sogar selber Angst um ihren Job haben oder traurig sind dass ein Kollege den sie sehr mochten gefeuert wurde und das sorgt dann natürlich wiederum dazu dass es zu Fehlern kommt in der Kommunikation sowohl intern als auch extern und dann passieren solche Sachen im Stress dass ein Mitarbeiter der vielleicht nicht weiß wie man sich nach außen hin richtig kommunizieren verhält einen missverständlichen oder katastrophal schlechten Post macht oder vielleicht sogar einfach wie Wildband so eine Scheiße passiert dann und ist der Gesamtgemengelage geschuldet sollte nicht passieren darf nicht passieren passiert aber trotzdem nicht das erste Mal in x Firmen erlebt es sind auch nur Menschen an der Stelle und tatsächlich ist die Situation einfach nur die mir tut das alles sehr sehr leid für die Leute nach wie vor also ich denke eher so es ist so traurig dass wir das erleben müssen und es gibt nicht den einen Schuldigen es gibt sicherlich mehrere Verantwortliche die dazu beigetragen haben dass die Situation sich dahin entwickelt hat aber es gibt nicht den einen auf den du es gibt nicht dieses eine Bauernopfer sondern es gibt viele Köche die diesen Brei verdorben haben mit vielen kleinen Gewürznoten über lange lange Zeit bitte wieder mehr Tyrion durch die Gegend schubsen tatsächlich werde ich Tyrion jetzt nicht mehr durch die Gegend schubsen weil es ist 19 Uhr durch und ich wollte um 19 Uhr aufhören ich wollte das gerade eben nur nochmal betonen also ich kann auf jeden Fall festhalten wir haben überlebt auch wenn es jetzt nicht unbedingt ein gutes Leben ist wir haben es geschafft auf Level 27 zu kommen mit Tyrion haben unser Lotharn wieder würden auch demnächst wieder auf Level 3 sein mit unserer Hauptstadt und ich würde in Zukunft jetzt hier so als Ausblick eher noch verteidigen also im Sinne von hauptsächlich muss Lotharn Level 5 werden dass wir hauptsächlich viel Geld rein bekommen und gute Rekrutierungsgebäude bekommen ich gebe die Punkte für die Artie zurück und auch für den Phönix und dann sind wir morgen Abend wieder live morgen Abend 17 Uhr höchstwahrscheinlich irgendwas von Paradox ich tippe mal momentan auf Hearts of Iron 4 weil ich da Bock drauf habe ich wünsche jetzt allen eine gute Nacht folgt mir gerne auf YouTube und mein Tipp wenn euch das alles berührt versucht Abstand davon zu bekommen denn wir alle haben keinen finalen Einfluss auf das was da gerade eben passiert und wenn ihr Total War gerne spielt hofft genauso wie ich dass die Firma sich fängt und auch im Sinne von fängt dass sie nicht nur überlebt sondern auch quasi was daraus lernt dass vor allem die entsprechenden Leute was daraus lernen die dafür verantwortlich sind und dass das dass die Spielereihe weiter geht und wieder so wird dass es weniger kritikwürdig ist das ist mein persönlicher Wunsch ich wünsche jetzt allen eine gute Nacht noch einen schönen Abend ich suche euch noch jemanden den ihr heute Abend noch angucken könnt haut rein bei bei so mal gucken wer ist denn da wer ist denn da wer ist denn da ähm ich glaube ich schicke euch heute mal wieder äh ich raide Artemis Moment gründe geht die gleich live weil die 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 spielt ich fasse es nicht Sons of the Forest ich weiß das würde euch wahrscheinlich nicht so sehr interessieren aber vielleicht doch die 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 Frau geht der Strategie Szene fremd also macht's gut tschau tschau ach wo alles ist Strategie wenn du es nur abstrakt genug betrachtest so seh ich das auch Hans so seh ich das auch Sascha acho mas es mach sch sch Vielen Dank.